Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 71. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin und ich begrüße Sie, unsere Gäste und Zuhörer, sowie die Medienvertreter sehr herzlich. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vor Beginn der Beratung habe ich eine traurige Pflicht zu erfüllen. Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Am 28. Oktober starb der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin und Stadtälteste, Alexander Brenner, im Alter von 90 Jahren. Alexander Brenner kam 1925 in Mittelpolen zur Welt. Seine Kindheit und Jugend waren sorglos. Bis am 1. September 1939 die deutsche Wehrmacht Polen überfiel. Für Juden in Polen fing eine grausame Zeit an. Die Eltern entschlossen sich, in den sowjetisch besetzten Ostteil von Polen zu gehen. Von dort aus erfolgte die Deportation der Familie nach Sibirien. In der Sowjetunion machte er sein Abitur. Nach dem Krieg 1945 schlug sich Alexander Brenner nach Polen durch. Doch er flieb nicht in seiner Heimat, sondern floh weiter nach Deutschland, lernte schnell die Sprache und begann ein Chemiestudium, das er in Berlin an der TU glänzend abschloss. Seine berufliche Laufbahn begann Alexander Brenner in verschiedenen Forschungseinrichtungen, ging aber dann 1971 in den Dienst der Bundesregierung, um als Leiter des Wissenschaftsreferates der Deutschen Botschaft in Moskau zu arbeiten. Ab 1982 begleitete er dieselbe Aufgabe in der Deutschen Botschaft in Tel Aviv. Durch seine Tätigkeit als Wissenschaftler und Diplomat konnte Alexander Brenner Erfahrungen sammeln, die ihm dann ab 2001 sehr halfen, als er zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Berlin gewählt wurde. Sein Verhandlungsgeschick ermöglichte es, zwischen liberalen und orthodoxen Kräften in der Gemeinde zu vermitteln. Zudem profitierte er davon, Russisch zu sprechen. So konnte er zwischen der alten Gemeinde und Zuwanderern aus dem Osten sehr gut vermitteln. Nach drei Jahren gab Alexander Brenner den Vorsitz der jüdischen Gemeinde ab. In Anerkennung seiner Arbeit als Diplomat und für seine Verdienste um die Berliner Gesellschaft verlieh ihm der Senat von Berlin 2008 die Würde eines Stadtältesten. Alexander Brenner lebte in vielen Orten dieser Welt. Sein Zuhause fand er in Berlin. Hier ging er von uns. Das Berliner Abgeordnetenhaus nimmt heute Abschied von unserem Ehrenbürger Helmut Schmidt. Ein großer deutscher Staatsmann, der immer auch Europa und die Welt im Blick hatte, hat uns für immer verlassen. Seine Analysen und Ratschlägen wurden gehört. Seine Beliebtheit war enorm. Als Politiker wurde er geachtet, als Elder Statement bewundert. Helmut Schmidt war eindeutig in seiner Sprache und klar im Urteil. Dabei blieb er seiner Philosophie zum Pragmatismus immer treu. Keine Begeisterung sollte größer sein als die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft, wird Schmidt zitiert. Eine Lehre zog Helmut Schmidt aus seinen persönlichen Kriegserfahrungen, die er als junger Mann im Zweiten Weltkrieg machte. Die Sicherung des Friedens hatte für ihn in der deutschen Nachkriegspolitik oberste Priorität. Als Kanzler arbeitete er seit 1974 an dieser Aufgabe, indem er die deutsch-französische Freundschaft für ein geeintes Europa vertiefte, indem er den Weltwirtschaftsgipfel begründete und indem er einen intensiven Dialog mit der Weltmacht nach China suchte. Helmut Schmidt hat zudem einen enorm wichtigen Beitrag geleistet, um die neue Ostpolitik von Willy Brandt vorzuschreiben. Dass es zur KSZE-Konferenz von 1975 in Helsinki kam, mit dem berühmten Korb 3 Menschenrechte, war auch das Verdienst von Helmut Schmidt. Für die oppositionellen Kräfte in Polen, in der Tschechoslowakei, in der Sowjetunion und verzögert auch in der DDR entfalteten die Unterschriften der kommunistischen Führer unter dieses Dokument eine Eigendynamik der Reformbestrebungen in Osteuropa. Der Wandel durch Annäherung war um eine wichtige Facette ergänzt. Innenpolitisch steuerte der Bundeskanzler Helmut Schmidt die Bundesrepublik durch eine unruhige Zeit mit großen volkswirtschaftlichen Herausforderungen. Er sicherte das Primat des Rechtsstaates gegen den RAF-Terrorismus. Dass das staatliche Interesse über das Interesse Einzelner zu stellen war, war für Helmut Schmidt eine politische Notwendigkeit. Daran ließ er keinen Zweifel. Auch in Grenzfällen blieb er dieser Maxime. Die Schleierentführung steht dafür paradigmatisch. Der Mensch Helmut Schmidt pflegte allgemein ein Understatement der Gefühle. In der Politik hielt er sie besonders für unangebracht. Und doch auf die Frage in einem TV-Interview, ob er schon einmal aus politischen Gründen gerührt war und geweint hätte, antwortete der Altkanzler mit Ja. Die Tränen sind mir gekommen, als ich den Fall der Berliner Mauer am Fernsehen erlebte. Ein großes politisches Ziel deutscher Politik war vollbracht für Europa, für Deutschland, aber auch für uns Berliner. Dass Helmut Schmidt daran einen entscheidenden Anteil hatte, auch dafür werden wir sein Andenken immer in Ehren halten. Unsere Gedanken sind bei seiner Tochter und allen, die ihm persönlich nahe standen. Berlin trauert mit Hamburg, das einen seiner großen Söhne verloren hat. Ich danke Ihnen, dass Sie sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Plätzen da oben haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich Sie auch darüber informieren, dass heute in unserem Saal ein von uns beauftragter Fotograf Aufnahmen für unseren Internetauftritt, Broschüren und Ähnliches machen wird. Ich habe dann auch wieder Geschäftliches mitzuteilen. Am Montag sind folgende fünf Anträge auf Durchführung einer aktuellen Stunde eingegangen. Ein Antrag der Fraktion der SPD zum Thema Mieterstadt Berlin sowie ein gleichlautender Antrag der Fraktion der CDU. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema vor der Klimakonferenz in Paris Vorschläge der Enquete-Kommission ernst nehmen, Berliner Energiepolitik jetzt zukunftsfähig machen. Sowie ein gleichlautender Antrag der Fraktion Die Linke und der Piratenfraktion. Die Fraktionen haben sich im Ältestenrat auf die Behandlung des Antrags der Oppositionsfraktionen verständigt, sodass ich dieses Thema für die aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen werde, und zwar in Verbindung mit den Punkten 3 und 28 der Tagesordnung. Die anderen Anträge der Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Ich möchte auf die Ihnen vorliegende Konsensliste sowie auf das Verzeichnis der Dringlichkeiten hinweisen. Ich gehe davon aus, dass allen eingegangenen Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Sollte dies im Einzelfall nicht Ihre Zustimmung finden, bitte ich um entsprechende Mitteilung. Als Tischvorlage auf rotem Papier liegt Ihnen ein einvernehmlicher Vorstag des Ältestenrats Regularien für die Haushaltsberatung der Plenarsitzung am 10. Dezember vor. Demnach soll die Sitzung bereits um 9 Uhr beginnen. Ich höre gegen die vorgeschlagene Verfahrensweise und die Regularien keinen Widerspruch. Dann werden wir so verfahren. Entschuldigung von Senatsmitgliedern für die heutige Sitzung. Herr Senator Hallmann ist bis 14 Uhr abwesend, Grundteilnahme an der Herbstjustizministerkonferenz in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Herr Senator Geisel, entgegen der Ankündigung wird heute ganztägig bei uns sein. Der Lufthansa-Schreik hat das ermöglicht. Senator Henkel ist ganztägig abwesend, Grundteilnahme an der Sportministerkonferenz in Köln von 12. bis 13. November. Meine Damen und Herren, mit Schreiben vom 10. November 2015 hat mir der Regierende Bürgermeister seine Absicht mitgeteilt, in der heutigen Sitzung eine Erklärung gemäß Artikel 49 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zum Thema für eine humaner Flüchtlingspolitik eine gemeinsame Kraftanstrengung für Berlin abzugeben. Hierzu erteile ich Ihnen nun das Wort. Bitte, Herr Regierender Bürgermeister, Sie haben es. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, in einer außergewöhnlich schwierigen Situation in unserem Land, in Berlin, und wir alle wissen das. Täglich kommen nach Berlin um die 600 Menschen. Jeden Tag kommen um die 600 Menschen zusätzlich in unsere Stadt. Wir gehen davon aus, pro Monat sind es mindestens um die 15.000. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren 58.000 Menschen aufgenommen. Pro Monat kommen inzwischen so viele wie mitunter in den vergangenen Jahren zusammen. Ich will es gleich zu Beginn sagen, meine Damen und Herren, wir haben mit Sicherheit in den letzten Monaten nicht immer alles richtig gemacht. Manches ist zu langsam passiert und vieles kann auch noch verbessert werden. Ich will an der Stelle aber auch sagen, dass ich glaube, dass wir mit einer Situation konfrontiert sind, auf die man sich nicht über Jahre einstellen konnte, die nicht über Jahre absehbar war, worauf sich die Verwaltung ausrichten konnte. Und wir haben diese schwierige Situation eben auch nicht nur in Berlin. Sie können mir glauben, egal von Bodo Ramelow bis Horst Seehofer, wenn die Ministerpräsidenten zusammensitzen, wir tauschen uns aus über eine sehr ähnliche Situation, die wir in unseren Ländern, in unseren Städten haben. Und nur weil nicht in jeder Stadt, nicht in jedem Landkreis alle Tageszeitungen vertreten sind und alle Rundfunkanstalten entsprechende Außenposten haben, heißt es nicht, dass dort die Situation immer einfacher ist als in Berlin. Aber in den Stadtstaaten, das ist nun mal so, sind diese Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen, eben sehr klar, sehr gebündelt sichtbar, weil es für uns nicht möglich ist, auch über das gesamte Land entsprechend zu verteilen. Meine Damen und Herren, noch einmal, vieles kann man mit Sicherheit besser machen. Aber ich sage auch, dass uns vieles gelungen ist. Wir haben eben 58.000 Menschen helfen können. Wir haben die festen Unterbringungsmöglichkeiten alleine in diesem Jahr auf 31.000 erhöhen können. 9.000 Wohnungen von städtischen Gesellschaften werden für die Unterbringung genutzt. Und wir konnten vielen Menschen eben nicht nur ein Dach über den Kopf bieten, sondern Sprachangebote, Gesundheitsangebote, Qualifizierungsangebote für den Arbeitsmarkt machen. Auch das, und das will ich betonen, war in den letzten Monaten möglich durch das Engagement ganz vieler. Vieler Ehrenamtlicher, durch Hilfs- und Sozialorganisationen ist es möglich gewesen, durch den engagierten Einsatz von Polizei und Feuerwehr und auch der Bundeswehr. Und auch das muss einmal gesagt werden, auch durch sehr, sehr viele engagierte Mitarbeiterinnen in den Bezirken und auf der Landesebene, die teilweise über die eigene Belastungsgrenze hinaus arbeiten. Diesen Menschen möchte ich dafür danken. Und ich sage auch, dass uns geholfen hat die Solidarität der Berlinerinnen und Berliner. Berlin war auch oft in seiner Geschichte auf Hilfe angewiesen. Es gibt eine große Migrationsgeschichte Berlins. Und in diesen Tagen wird wieder deutlich, wie wir aus unserer Geschichte auch gelernt haben. Und wie viele Berlinerinnen und Berliner auch sagen, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, auch etwas zurückzugeben von der Hilfe, die wir über Jahre oder Jahrzehnte bekommen haben durch andere. Und wir sind eine offene und tolerante Stadt. Und ich sage es auch als regierender Bürgermeister, dass ich stolz darauf bin, dass es sehr viele Menschen gibt in diesen Tagen, die trotz aller Sorgen und Fragen, die sie haben, oder auch Kritik an unserem politischen Handeln, dass es ganz, ganz viele gibt, die klare Kante zeigen, wenn es darauf ankommt. Und die sagen, und die, und die ganz klar sagen, wenn in unserer Stadt es auch diese unsäglichen Bergida-Demonstrationen gibt oder AfD-Demonstrationen oder wenn einzelne mit dumpfen Parolen auftreten, dann gibt es eben ganz viele Berlinerinnen und Berliner, die sagen, das ist unsere Stadt. Das ist unser tolerantes Berlin. Und ihr, ihr seid diejenigen, die nicht dazugehören. Darauf bin ich stolz, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich verschließe nicht die Augen vor den Problemen, vor denen wir stehen. Von Tag zu Tag wird es schwieriger. Und ich glaube, die Sorgen vieler Menschen nehmen auch deshalb zu, weil sie eben auch die Veränderungen, die es inzwischen durch den Flüchtlingszustrom in unserer Stadt gibt, auch spüren. Aber ich glaube, wir müssen deutlich sagen und ehrlich sagen an dieser Stelle, dieser Zustrom wird in den nächsten Monaten mindestens anhalten. Und es wird keine schnellen Lösungen geben. Ich will das an dieser Stelle für mich ganz klar sagen, dass ich inzwischen es beinahe unerträglich finde, wenn Politiker, vielleicht kann man sagen aller Parteien, den Eindruck erwecken, sie hätten die schnelle Lösung. Und das dann auch ganz schnell natürlich kommunizieren. Und wenn dann die gleichen Politiker 48 Stunden später sagen, naja, sie haben über ihren eigenen Vorschlag nochmal nachgedacht und es ist jetzt deutlich geworden, der lässt sich doch nicht so umsetzen. Dann ist es das, dieses politisches Handeln, was zu Politikverdrossenheit führt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, wir müssen aufräumen mit einigen Dingen, die da immer wieder diskutiert werden und vorangestellt werden. Welche Grenzen will man eigentlich zumachen? Es gibt keine Grenzen um Deutschland, die man zumachen kann und keine Schlagbäume, die man runterlassen kann. Wie kann man eigentlich in der Situation, in der wir uns befinden, sich besoffen reden am Instrument der Abschiebung? Meine Damen und Herren, nur damit das klar ist, es muss und es wird Abschiebungen geben. Ja, natürlich, das gehört auch mit dazu. Aber wir können, wenn wir, wenn wir die Zahl der Abschiebungen zum Beispiel verdreifachen würden in Berlin von 100 auf 300, dann können wir damit immer noch nicht die Probleme lösen, vor denen wir hier stehen, weil dann immer noch 14.700 Menschen pro Monat gekommen sind. Und ich glaube, das muss man deutlich sagen, dass es kein Instrument ist, was uns in unserer Situation weiterhilft. Vielleicht sollte man, was ja auch diskutiert wird, viel stärker über die Rückkehrhilfen nachdenken, wie man dieses Instrument schärfen kann, damit Menschen, die hier nicht dauerhaft eine Perspektive haben, auch in ihr Land zurückkehren. Oder es wird über die Balkanstaaten geredet, für die man jetzt schnelle Lösungen braucht. Meine Damen und Herren, im Mai diesen Jahres waren 40 Prozent, 40 Prozent der Asylsuchenden in unserer Stadt aus den Balkanstaaten. Jetzt sind es vier Prozent. Auch an dieser Stelle muss man klar sagen, dass das nicht unser großes Problem ist. Man muss auch darüber reden, aber man muss es einordnen. Man muss es einordnen, den stellen, wer den diese Frage hat. Das ist mir wichtig, meine Damen und Herren. Und ich will an dieser Stelle zumindest für mich noch etwas klarstellen. Ja, wir sind in einer schwierigen Situation. Aber nur weil wir sechs Monate jetzt in einer schwierigen Situation sind, bin ich nicht bereit, alles aufzugeben, wofür wir Jahrzehnte gekämpft haben, nämlich zum Beispiel offene Grenzen in Europa oder das individuelle Asylrecht. Es werden weiterhin viele tausend Menschen in unser Land und in unsere Stadt kommen. Und ich sage es klar, ich will auch weiterhin helfen. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, meine Damen und Herren. Auch das will ich dann aussprechen. Wenn wir helfen wollen, wenn wir vor allen Dingen denjenigen helfen wollen, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen, dann muss man eben auch helfen können und man muss dann auch sagen, wir werden nicht allen helfen können. Und es ist auch nötig, dass es natürlich weitere Gespräche gibt hin zu einer echten internationalen Solidarität. Es ist nicht hinzunehmen, dass einige europäische Staaten sagen, Europa ist gut und schön in den Zeiten, wo es etwas zu verteilen gibt, nämlich europäische Hilfen. Und in den Zeiten, wo es um Solidarität geht, in schwierigen Zeiten haben wir mit Europa nichts zu tun. Meine Damen und Herren, ja, darüber muss gesprochen werden, genauso wie über schnelle Verfahren oder eben auch das Instrument der Abschiebung in der richtigen Einordnung. Schon im Interesse auch der Menschen, die zu uns kommen, denen man klar sagen muss, welche Perspektive sie haben. Es ist doch für die Betroffenen selbst unerträglich, wenn sie über Jahre möglicherweise hier sind und dann erst erfahren, dass sie nicht dauerhaft hier sein werden. Deswegen schon sind alleine schnelle Verfahren und schnelle Entscheidungen nötig. Und ich sage auch, dass es mir wichtig ist, dass wir in Bezug auf Registrierung eindeutige Verfahren haben und dass nur derjenige, der auch bereit ist, sich registrieren zu lassen, eine Leistung in Anspruch nehmen kann. Meine Damen und Herren, hier gibt es auch nach wie vor viel Verantwortung, die der Bund übernehmen muss. Und ich rede eben ausdrücklich nicht nur über Geld und Personal, sondern eben auch über Strukturen und über Verfahren. Aber ich sage auch, auch wir müssen besser werden. Meine Damen und Herren, ich kenne die Rollen im Parlament mit 20 Jahren Abgeordneter und ich weiß, was wahrscheinlich heute auch wieder passieren wird. Dass einige von Ihnen nach vorne gehen und sagen, das ist ja alles gut und schön, aber Sie sind doch die Regierung. Sie sind doch gewählt. Nun machen Sie doch. Genau. Und Sie haben recht. Wir sind die gewählte Regierung und wir sind in einer besonderen Verantwortung. Ich sage aber noch etwas dazu. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, hier ist die Politik gefordert. Wir gemeinsam sind gefordert, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Und deswegen bitte ich Sie um etwas. Ich bitte Sie, alle Fraktionen in diesem Haus, um die politische Unterstützung für einen weiteren Mentalitätswechsel. Wir hatten, meine Damen und Herren, vor einigen Jahren den Mentalitätswechsel für Berlin formuliert und er war dringend nötig in finanzpolitischen Fragen. Es war nötig, dass Berlin Verantwortung übernimmt und sieht, dass es sich selbst aus einer schwierigen Situation befreien kann. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sind in der Situation, wo wir eben einen zweiten Mentalitätswechsel brauchen. Der Mentalitätswechsel, der verbunden ist mit dem Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Der verbunden ist mit der Übernahme von mehr Verantwortung, mit der Verantwortung füreinander. Ein Mentalitätswechsel, der auch die Verwaltung unkonventionelle Lösungen finden lässt. Wer als erstes versucht, Verantwortung innerhalb einer Verwaltung immer nur nach unten zu delegieren, auf den letzten Mitarbeiter in der Hierarchiekette. Wer immer nur danach fragt, wie denn Haftungsfragen zu beantworten sind, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie Dinge auch mal möglich gemacht werden können, der sitzt womöglich an der falschen Stelle. Applaus Meine Damen und Herren, ich glaube, es geht hier auch um Haltung und Mut. Und es geht nur so, die Gegenwart zu bewältigen und die Zukunft zu gestalten. An Aufgaben haben wir dafür keinen Mangel. Wir haben bis vor wenigen Wochen hier im Abgeordnetenhaus erbittert gestritten und gerungen um den richtigen Weg im Zusammenhang mit der sich verändernden und wachsenden Stadt. Und diese Aufgaben sind alle geblieben. Dass wir für die 40.000 Menschen, die pro Jahr in unsere Stadt kommen, weitere Wohnungen brauchen, Arbeitsplätze schaffen müssen, Investitionen in unsere Stadt tätigen müssen, Mobilitäts- und Gesundheitsangebote. Alles das hat weiterhin seinen Stellenwert und seine Bedeutung. Und wir dürfen auch nicht zulassen, dass uns aktuelle Probleme mit der Flüchtlingsunterbringung in Zusammenhang gebracht werden, mit den Aufgaben, die zu bewältigen sind, beziehungsweise dass sie sogar gegeneinander ausgespielt werden. Nein, meine Damen und Herren, es bleibt richtig und wichtig, in unsere Stadt zu investieren, das Personal aufzustocken, zu sehen, dass wir vorankommen mit dem Wohnungsbau. Aber es gibt eben etwas, und das muss man jetzt klar benennen, was uns besonders fordern wird. Denn Ende dieses Jahres werden wir 100.000 Menschen mehr in dieser Stadt sein als zu Beginn des Jahres. Durch den normalen Zuzug und durch die Flüchtlinge, die gekommen sind. Und es fordert uns ganz besonders, wie wir die Unterbringung für die Menschen, die zu uns kommen, sicherstellen. Und wir werden uns, glaube ich, auch verabschieden müssen von einigen Standards, die uns, ich vermute, sogar gemeinsam bisher auch wichtig waren. Ich sage das wiederum nur ganz persönlich und für mich. Ich habe mich in den letzten Monaten einige Male korrigieren müssen. Ich habe in Senatspressekonferenzen gesessen und habe gesagt, ich möchte keine Großunterbringung, sondern kleine, dezentrale Standorte. Und ich möchte keine Zeltstädte. Und ich finde das im Übrigen nach wie vor auch richtig. Ich glaube, dass es nach wie vor der richtige Anspruch ist. Aber ich sage hier heute auch, ich habe es nicht durchhalten können. Weil zu viele Menschen gekommen sind und zu viele Menschen zu schnell untergebracht werden mussten. Und deswegen mussten wir uns gemeinsam korrigieren. Und ich glaube, wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo wir deutlich machen müssen, was wir im Bereich der Unterbringung in den nächsten Monaten zu bewältigen haben. Um es klar zu sagen, auch ich möchte keine Turnhallen belegen in den Bezirken. Wer von uns will das schon? Wir wissen alle, was das bedeutet für die Schulen, für die Kinder, für die Quartiere, für die Nachbarschaften. Ich will es nicht. Aber ich will Ihnen sagen, vor welchem Problem wir stehen. Gestern waren Bezirksbürgermeister bei mir und die haben gesagt, hör doch auf mit dem Quatsch mit den Turnhallen. Nutzt doch erstmal alle anderen Möglichkeiten. Wir haben gemeinsam alle zwölf Bezirke euch auf der Landesebene 48 Unterbringungsmöglichkeiten genannt. Nutzt doch erstmal die. Meine Damen und Herren, wenn wir die 48 Unterbringungsmöglichkeiten wohlwollend gerechnet mit jeweils 500 Menschen belegen. Ab morgen, sofort. Was nicht möglich sein wird, auch die Größenordnung im Übrigen nicht. Ich sage wohlwollend berechnet. Wenn wir es tun würden, hätten wir Unterbringungsmöglichkeiten für 24.000 Menschen. Eine große Hilfe. Das ist die Größenordnung von anderthalb Monaten. Innerhalb von anderthalb Monaten kommen 24.000 Menschen zu uns. Und deswegen sage ich, es gibt kein Ausspielen mehr von Maßnahmen und Unterbringungsmöglichkeiten gegeneinander. Sondern wir werden alles nutzen müssen. Ja, wir werden die großen und die kleinen Hallen nutzen müssen. Wir werden Zelte nutzen und das ICC und die Messe und im Übrigen auch Selchow. Wenn die ILA da durch ist im Juni, wird es die nächste Maßnahme sein, dass die Hallen in Selchow auch genutzt werden. Ja, es wird so kommen. Und ich kann und werde hier heute nicht versprechen, dass wir in absehbarer Zeit alle Turnhallen wieder frei bekommen. Wir haben eine deutlich bessere Situation als in vielen anderen Bundesländern, wo es über Monate die Hallenbelegung oder Zeltstädte in hunderten Größenordnung schon gibt. Das haben wir bisher vermeiden können im Wesentlichen. Und ich hoffe, wir können es weiterhin lange vermeiden. Ich kann nicht zusichern, dass wir nicht auch diese Möglichkeiten in den nächsten Monaten brauchen werden. Und ich will in Bezug auf Tempelhof auch gleich sagen, weil das ja die nächste engagierte Diskussion ist, wie es denn da nun vorangeht und ob das denn nun alle unsere Probleme löst. Nein, es löst nicht alle unsere Probleme, aber wir werden auch Tempelhof nutzen. Und ich sage hier heute, wir werden Tempelhof komplett nutzen. Nicht zwei oder drei Hangar, sondern sechs oder sieben Hangar. Und ich bin mir nicht sicher, dass es da etwas zu klatschen gibt, meine Damen und Herren, weil das dann eine Unterbringung ist für 5000 Menschen. Aber wir werden sie brauchen. Wir werden sie genauso brauchen wie die mobilen, die temporären Einrichtungen am Rande des Tempelhofer Feldes. Wir werden das genauso brauchen. Und alle, die da rumschwadronieren, dass das irgendein Revanch faul ist wegen des Volksentscheids oder so, die haben noch nicht verstanden, worum es hier geht. Wir brauchen diese Einrichtung. Und ich will, meine Damen und Herren, ich will nicht glauben, dass es tatsächlich schon gute und konstruktive Gespräche gibt mit der Initiative 100% Tempelhof, die sagt, sie können sich eine Menge vorstellen und sie wollen uns mit uns gemeinsam ermöglichen, dieses temporäre Bauen, diese mobilen Einrichtungen am Rande des Feldes. Und ich will nicht glauben, dass es uns nicht fraktionsübergreifend gelingt, einstimmig das hier im Parlament auch zu unterstützen, dass so etwas möglich ist, meine Damen und Herren. Es muss möglich sein, dass wir auch solche Instrumente nutzen. Natürlich kann man das eine oder andere auch noch besser organisieren und erst die eine und dann die andere Einrichtung nehmen. Aber ich sage Ihnen eben auch, wir stehen vor Herausforderungen, wo nicht immer alles, auch in Zukunft nicht immer alles reibungslos klappen wird. Jeden Abend sehe ich die Meldungen, die dann in die Richtung gehen, warum sind wir nicht früher informiert worden. Ja, das frage ich mich auch, warum wir nicht früher informiert werden. Ich bekomme meine letzte SMS nachts um zwei, dass ein Zug gestartet ist mit 500 Flüchtlingen Richtung Berlin. Und wenn ich um sieben das nächste Mal raufgucke, dann gibt es immer zwei Varianten. Entweder sind 320 angekommen oder 780. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir uns auseinandersetzen. Dass über Nacht sich auch die Situation verändert. Und dass es nicht Bösartigkeit oder Unfähigkeit ist, mitunter vor Ort nicht detailliert und sofort sagen zu können, mit welcher Situation wir uns auseinandersetzen müssen. Sondern auch wir sind getrieben von dem Zustrom, der sich über Nacht in die ein oder andere Richtung entwickelt, auf die wir reagieren müssen. Auch deswegen brauchen wir mehr und andere Möglichkeiten und flexible Kapazitäten, mit denen wir dann reagieren können. Meine Damen und Herren, ich glaube, in einer gemeinsamen Kraftanstrengung ist vieles möglich, weil wir es im Übrigen auch schaffen müssen. Wir müssen Betroffenheiten überwinden. Und wir haben ja auch schon gezeigt, dass vieles vorangeht, wenn man es will. Denn die Hilfe, die wir 58.000 Menschen gewähren konnten, sind ja nicht von allein gekommen, sondern wir haben sie gemeinsam organisiert. Ausgehend von einer Klausurtagung im Januar des Senats. Wir haben dann den Koordinierungsstab eingerichtet, der mir wichtig war als zusätzliches Instrument, um Maßnahmen auch bündeln zu können, um Entscheidungssituationen herstellen zu können. Dieter Glitsch ist mit an Bord gekommen und gemeinsam mit Dirk Erste, glaube ich, bildet er da auch eine gute Führungsspitze in diesen Gremien, wo es um konkrete Umsetzung geht. Wir haben darum gebeten, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung freiwillig melden, um zu unterstützen. 100 wollten wir haben. 450 haben sich gemeldet. Knapp 300 sind inzwischen eingesetzt. Die Bundesallee ist beschlagnahmt worden. Eine Immobilie, die uns hilft, die wichtig ist als Entlastung auch für das Lageso in der Turmstraße. Ich selbst habe mit den Chefs von Charité und Vivantes gesprochen, damit wir endlich dauerhaft und in allen Unterkünften eine adäquate medizinische Versorgung haben. Meine Damen und Herren, auch die Situation am Lageso hat sich schrittweise verbessert. Aber ich sage an dieser Stelle auch, das, was wir im Moment erreicht haben, haben wir erreicht, weil alle zusammengearbeitet haben und weil alle Verwaltungen in ihrer Verantwortung auch mitgeholfen haben. Und ich erwarte jetzt auch, dass von der Spitze der Verwaltung, Gesundheit und Soziales ausgehend, es endlich eine schnelle personelle und strukturelle Veränderung im Lageso in der Turmstraße gibt. Wir haben dort inakzeptable Zustände. Und ich erwarte nicht, es ist vieles besser geworden. Ich erwarte nicht, dass sich von heute auf morgen die Welt ändert, aber ich will diese Bilder, wie wir sie jeden Abend sehen, eben auch nicht mehr dauerhaft weitersehen. Meine Damen und Herren, weitere Veränderungen sind in unserer Stadt mit Sicherheit nötig. Verfahren müssen sich verändern, Gesetze. Wir werden viele Gespräche führen. Ich selbst werde in den nächsten Tagen und Wochen viele Gespräche führen, ohne dass damit die Ressortzuständigkeit der Kolleginnen und Kollegen genommen wird. Jeder wird und soll in seiner Verantwortung weiterarbeiten. Aber natürlich steht auch der regierende Bürgermeister in einer besonderen Verantwortung. Und deswegen werde ich wie bisher mit Abgeordneten, mit Bezirksbürgermeistern reden, aber eben jetzt auch mit den Personalräten, den Gewerkschaften, den Hilfsorganisationen und den Dienstleistern, die wir so dringend brauchen. Meine Damen und Herren, wir werden Vorschläge diskutieren und es muss erlaubt sein, auch einmal Überlegungen, Vorschläge zu diskutieren, die möglicherweise dann verändert werden müssen oder so nicht eins zu eins umgesetzt werden können, wie man es ursprünglich wollte. Jeder sollte sich allerdings fragen, ob es klug ist, mit Durchstechereien jeden Vorschlag zu torpedieren. Und ich spreche da ganz besonders das an, was wir seit drei oder vier Tagen in der Stadt an Diskussionen haben um eine mögliche Asock-Änderung. Es ist unerträglich zu lesen, dass einige damit Ängste aufbauen und behaupten, der Senat hätte vorgehabt, in irgendwelche 50 Quadratmeter Wohnungen einzudringen, um zu gucken, wen man da unterbringen kann oder wie man diese Wohnung beschlagnahmen kann. Meine Damen und Herren, es ging um etwas völlig anderes. Meine Damen und Herren, es ging um etwas völlig anderes. Es ging darum, um zu sehen, warum eigentlich Immobilien, Privatimmobilien, Büroräume, was auch immer, vier, fünfhunderttausend Quadratmeter groß, dauerhaft leer stehen. Und ich sage, ich will das auch wissen, was da los ist. Ich will es wissen im Interesse der Gewerbetreibenden, die dringend Büroflächen suchen. Ich will es wissen im Interesse der Berlinerinnen und Berliner, die dringend eine Wohnung suchen. Und ich will es wissen im Interesse der Flüchtlinge, für die wir dringend eine Unterkunft brauchen. Darum geht es bei einer Asock-Änderung. Meine Damen und Herren, ich bin immer für Gespräche offen, für Kritik, für Veränderungsvorschläge. Noch einmal, nichts muss eins zu eins so umgesetzt werden, wie beschlossen. Aber ich bin nicht mehr bereit, beim Nichtstun zuzugucken oder bloße Meckerei hinzunehmen. Ich erwarte konstruktive Lösungsvorschläge und nicht immer nur bloße Kritik. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen für das, was mir für die nächsten Wochen wichtig ist und was ich gerne umsetzen möchte. Wir müssen zum Beispiel schneller werden bei der Akquisition, Herrichtung und Übergabe von Unterkünften an die Betreiber. Deswegen werden wir Teams bilden aus der BIM, den Bezirken, der Berliner Unterbringungsleitstelle, der Sozialverwaltung und der Stadtentwicklungsverwaltung. Eine Verweigerungshaltung Einzelner, ein Hin- und Herschieben der Verantwortung wird es in diesen Teams nicht mehr geben. Auftrag ist ganz klar die schnelle Schaffung von zusätzlichen Unterbringungsplätzen. Zweitens, wir wollen das AZG ändern. Ziel ist es zum Beispiel schneller Gewerberäume oder freie Flächen zu beschlagnahmen, wenn Bezirke zögerlich agieren. Ich bin dankbar, wie uns zum Beispiel auch Stadtrat Kirchner in Pankow oder Prüfer in Lichtenberg bei dem schnellen Aufbau einer neuen Einrichtung unterstützt haben. Aber ich werde nicht länger akzeptieren, dass Bezirksbürgermeister im Norden Berlins zum Beispiel weiterhin alles tun, damit die Zahl der Flüchtlinge in ihren Bezirken möglichst gering bleibt. Wir müssen das Prozessmanagement verbessern und vor allem mehr Stellen schaffen für Registrierung und Leistungsberechnung. In Großeinrichtungen müssen wir dazu integrierte Bearbeitungsstrecken mit dem LAGESO, BAMF, der Ausländerbehörde und der Arbeitsagentur wie in der Bundesallee einrichten. Dazu brauchen wir IT-Lösungen und Personal. Zur Überbrückung bis zur erfolgten Einstellung zusätzlichen Personals werden wir zum Aufbau der nötigen IT mit einem externen Dienstleister und Zeitarbeitsfirmen zusammenarbeiten, mit der Telekom und der Post über den kurzfristigen Einsatz von Beamten, die dort noch an Bord sind, reden. Diese haben bei der Umstellung zum Beispiel von ALG II in der Arbeitsagentur auch schon hervorragende Arbeit geleistet. Und wir werden auch auf mehr Arbeit aus der eigenen Verwaltung zum Beispiel Pensionäre zurückgreifen müssen. Sollte es nötig sein, prüfen wir dazu auch eine Änderung des Personalvertretungsgesetzes. Zu diesem Thema werde ich mich nächste Woche mit den Spitzen der zuständigen Gewerkschaften und der Personalräte treffen, um eine einvernehmliche Lösung zu erzielen im Interesse der Menschen, die Leistung und Sicherheit brauchen. Meine Damen und Herren, wir werden viertens gemeinsam mit den Bezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf ein neues überregionales Bürgeramt für Flüchtlinge einrichten. Das entlastet die ebenfalls zukünftig personell besser ausgestatteten Bürgerämter in den Bezirken und ermöglicht es ihnen, ihre Dienstleistungen für die Berlinerinnen und Berliner besser anzubieten, ohne für eine große Anzahl zusätzlicher Menschen zuständig zu sein. Wir wissen das. Die Bezirke brauchen für ihre Sozial- und Jugendämter zur Bewältigung der wachsenden Stadt zusätzliches Personal, das auch zum Teil schon bewilligt ist. Zur Überbrückung von Engpässen, bis die Neueinstellungen erfolgt sind, wollen wir auch an dieser Stelle mit Freiwilligen und gegebenenfalls Pensionären arbeiten. Fünftens. Wir werden für die Bürgerämter, aber auch für weitere betroffene Behörden als Land Sammelausschreibungen auf den Weg bringen und dafür schnellere Einstellungsverfahren ermöglichen. Auch darüber werden wir mit den Bezirken, Personalräten und Gewerkschaften Gespräche führen. Jetzt muss sich jeder bewegen. Von den bereits seit Monaten bewilligten Bürgeramtsstellen ist die Hälfte immer noch nicht besetzt. Sollten die Bezirke bis Mitte Januar nicht in der Lage sein, die zugesagten Stellen zu besetzen, werden wir die Stellen in andere Bezirke umverteilen. Meine Damen und Herren, noch immer klagen Betreiber über zu langsame Kostenerstattung und Abschlagszahlung. Ohne die Betreiber können wir keinen effizienten Kampf gegen Obdachlosigkeit führen. Es ist inakzeptabel, dass sie für ihre Leistungen und den Aufbau weiterer Leistungen nicht schnellstens bezahlt werden. Abschlagszahlung und Rechnung werden zukünftig schnell angewiesen. Ich werde dazu auch in den nächsten Tagen mit den Betreibern eine entsprechende Runde machen und werde klären, wie die Zusammenarbeit mit ihnen für die Zukunft verbessert werden kann. Meine Damen und Herren, ich will es an dieser Stelle noch einmal betonen, wir werden den Flughafen Tempelhof als Großeinrichtung nutzen. Bei dieser Großeinrichtung ist es sinnvoll, das System der Bundesallee in Abstimmung mit BAMF und der Bundesagentur für Arbeit auch dort zu übertragen, sodass alles in einem Haus erfolgen kann. Dafür werden wir mit Sicherheit auch die Hauptteile des Flughafens nutzen müssen. Ich habe dazu heute mit Herrn Weiser auch gesprochen, der bereit ist, sehr schnell zu prüfen, wie die Bundesagentur und das BAMF uns an dieser Stelle strukturell und personell unterstützen können. Ich will an dieser Stelle mich auch bedanken bei der Bundeskanzlerin und der Bundesverteidigungsministerin, mit denen ich in den letzten Tagen auch telefoniert habe. Ich will an dieser Stelle, die auch schnelle Hilfe angekündigt haben, konkret für den Standort Tempelhof, die bereit sind, weitere Mitarbeiter der Bundeswehr uns zur Verfügung zu stellen und die nötige Infrastruktur, die wir brauchen, für Haus-in-Haus-Lösungen in den Hangars. Meine Damen und Herren, achtens, wollen wir mehr erfahrenes Personal zusätzlich und schneller einsetzen können. Dafür haben wir, wie gesagt, auch die Möglichkeit, auf Pensionäre zurückzugreifen. Dazu muss unter anderem geklärt werden, dass Zulagen nicht auf die Pensionen angerechnet werden. Die Senatsinnenverwaltung ist aufgefordert, dementsprechende Regelungen zu formulieren. Und neuntens, wir wollen die Berliner Bauordnung ändern und baurechtliche Standards für Unterkünfte zur Krisenbewältigung anpassen. Strikte Vorschriften, die mitunter bei uns ganz anders formuliert sind als in anderen Bundesländern, müssen gegebenenfalls verändert werden. Auch das beschleunigt die Einrichtung neuer Unterkünfte. Meine Damen und Herren, es sind neun Maßnahmen, die mit Sicherheit, man hat es ja an den Reaktionen hier gemerkt, wieder neue Diskussionen auslösen. Ich will es noch einmal sagen, lassen Sie uns darüber diskutieren. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir in diesem Sinne schnell zu neuen Verabredungen kommen, die es uns ermöglichen, noch mehr Menschen noch schneller gut helfen zu können. Die Situation, vor der wir uns befinden, werden wir nicht alleine ändern können. Aber wir können uns der Aufgabe stellen. Wir müssen Betroffenheiten und Widerstände überwinden. Und ja, die Herausforderungen sind größer als erwartet. Und gegebenenfalls müssen wir auch in diesen Prozessen immer neu nachdenken, neu und aktuell der Situation, der Lage angepasst entscheiden. Und wir müssen mit Sicherheit auch aus Fehlern der Vergangenheit lernen, was zum Beispiel Integrationsarbeit anbelangt. Darüber müssen wir ernsthaft jetzt reden. Jetzt müssen wir darüber reden, dass eine jahrelange Aufgabe noch vor uns liegt, dass nicht alle bleiben werden, aber sehr viele werden dauerhaft bleiben. Und sie müssen und sollen in unsere Gesellschaft, in unsere Gemeinschaft integriert werden. Wir wollen helfen und fördern, ganz klar. Aber ich sage auch unter der Überschrift aus Fehlern Lärm, wir fordern auf der Grundlage unserer Werte auch Integration ein. Auch das gehört dazu, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir können beides. Wir können Flüchtlingen helfen und überall in der Stadt die Lebensbedingungen für die Berlinerinnen und Berliner verbessern. Nicht gegeneinander arbeiten, nicht ausspielen gegeneinander die Bevölkerungsgruppen, sondern es geht darum, gut zusammenzuleben. Meine Damen und Herren, das ist kein einfacher Weg, der vor uns liegt. Und ich sage ganz klar, wer sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt, das ist in Ordnung. Aber der sollte in diesen Zeiten auch im Interesse der zu uns fliehenden Menschen und im Interesse aller Berlinerinnen und Berliner nicht im Weg stehen, sondern Platz machen. Allen anderen, meine Damen und Herren, allen anderen sage ich, lassen Sie uns füreinander da sein. Und lassen Sie uns die vielfältigen Aufgaben gemeinsam angehen. Ich bin sicher, auch diesmal wird Berlin eine solidarische Stadt sein, die Aufgaben wie in der Vergangenheit, wie in teilweise viel schwierigeren Situationen in den letzten Jahrzehnten. Auch diesmal wird Berlin diese Aufgabe solidarisch bewältigen. Auch diesmal wird Berlin nach vorne schauen und die Zukunft gemeinsam gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Regierender Bürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ältestenrat hat man sich darauf verständigt, hierzu eine Besprechung mit einer Redezeit von bis zu 15 Minuten je Fraktion durchzuführen. Gemäß Artikel 49 Absatz 4 unserer Verfassung steht der Opposition das Recht der ersten Erwiderung zu. Es beginnt in der Aussprache die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Popp, bitteschön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, eine Regierungserklärung Ihrerseits zur Flüchtlingspolitik in diesem Hause war längst überfällig. Und ich freue mich, dass Sie klare Worte gefunden haben, klare Worte des Willkommens, aber auch eine klare Absage an populistischen Vorschlägen, die herumgeistern und auch eine klare Ansage an diejenigen gemacht haben, die nicht nur insgeheim, sondern auch offen denken und sagen, das wollen wir gar nicht schaffen, das ist nicht unsere Sache. Vielen Dank dafür. Herr Regierender Bürgermeister, Sie haben es ja selber schon angesprochen. Das Lageso ist inzwischen zum Inbegriff für die katastrophale Flüchtlingsversorgung in Berlin geworden. Und immer noch ist es zu sehen, dass abends Familien mit kleinen Kindern bis tief in die Nacht entweder auf ihre Unterbringung warten oder sogar dort übernachten müssen. Und ich finde nicht, dass in der Hauptstadt Deutschlands Kinder und Familien draußen nächtigen sollten, erst recht nicht im Winter. Und dafür schäme ich mich. Und da wir gerade auch den Haushalt beraten, es ist tatsächlich auch keine Frage des Geldes. Es gibt eine deutliche finanzielle Entlastung durch den Bund und durch die unverändert gute wirtschaftliche Lage in Deutschland, auch in Berlin, sind die öffentlichen Kassen gut gefüllt. Und die Wirtschaftswissenschaftler sagen auch, dass es so weitergehen wird mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, und zwar wegen und nicht trotz der Flüchtlingskrise, wie es genannt wird. Das kann auch nicht deutlich genug gesagt werden. Wirtschaftlich sind wir stark und werden es auch weiter bleiben. Und das sage ich auch deutlich, insbesondere in Richtung derjenigen, die auf dem Rücken der geflüchteten Menschen widerwärtige Politik machen und Ängste schüren. Es ist also keine Frage des Geldes, das der Berliner Senat im Vergleich zu vielen anderen Städten, auch wie München oder Hamburg, das Krisenmanagement immer noch nicht so richtig hinbekommt. Und einiges von dem, was wir hier erleben, ist hausgemacht. Und es rächt sich jetzt, dass der Sozialsenator sich nicht wirklich für Soziales interessiert. Und Beispiele hierfür gibt es nicht nur in der Flüchtlingspolitik. Und ich habe Ihre Ansage sehr wohl vernommen, Herr Regierender Bürgermeister, dass es an der Spitze der Verwaltung so auch nicht weitergehen kann in Sachen La GESO. Und das teilen nicht nur wir, das teilt, glaube ich, die ganze Stadt. Wir brauchen ja eine tatkräftige Politik, die anpackend und konstruktiv ist, die Abläufe gut organisiert und das Chaos bitte nicht auch noch weiter vergrößert, wie es ja allzu oft der Fall gewesen ist. Und da haben die letzten Wochen wenig Grund zur Hoffnung gegeben. Ihre Rede heute schon, muss man sagen. Wenn man sich anschaut, die Gesundheitsversorgung, ein Dauerthema, ist bis heute nicht wirklich gut gelöst. Die Eröffnung der Bundesallee sollte eine Erleichterung sein. Anstatt der 1.000 Registrierungen finden aber heute nur rund 200 täglich statt, weil es ein IT, ein Personal an Unterkünften und, und, und fehlt, weil die Organisation nicht stimmt. Und das aktuellste Beispiel ist der Brandbrief der GdP an den Innensenator, die Unterbringung von Flüchtlingen in eine Polizeisporthalle, wo sich die Polizei selber plötzlich als Betreiber wiedergefunden hat, weil die Sozialverwaltung den Betreiber vergessen hatte zu organisieren. Offensichtlich für diese Polizeisporthalle so kann es tatsächlich auch nicht gehen. Und Sie haben es angesprochen, die Bezirke, die durchaus Immobilien melden und das Gefühl haben, dass sie bislang in irgendeinem schwarzen Loch versacken oder sehr schnell die Antwort bekommen, dass das irgendwie gar nicht geht und man den Verdacht hat, da wurde gar nicht richtig geprüft. Herr Regierender Bürgermeister, lange haben wir auf konkrete Maßnahmen und Lösungen auch warten müssen. Und ich bin froh, dass Sie heute uns eine ganze Liste vorgelegt werden. Wir werden darüber diskutieren, das sage ich Ihnen zu, wir werden darüber konstruktiv diskutieren miteinander, das müssen wir auch, da haben wir auch eine Verantwortung. Und ich will nur ein Beispiel herausnehmen. Ich bin froh darüber, dass Sie die Asoc-Änderung, die wir heute eingebracht haben, die es in Hamburg bereits gibt als Gesetz, dass diese Asoc-Änderung von Ihnen heute klargestellt worden ist, es handelt sich um leerstehende Immobilien, um Gewerbeimmobilien und man wird darüber reden müssen, gerade mit Blick auf Sporthallen und Turnhallen, ob wir irgendwann nicht doch besser leere Gewerbeimmobilien sicherstellen, beschlagnahmen wie in der Bundesallee, anstatt immer nur auf die Turn- und Sporthallen zu gehen. Für diese Notfälle soll dieses Gesetz gelten und auch darüber würde ich gerne hier konstruktiv diskutieren in diesem Hause. Regierender Bürgermeister, nicht nur wir, auch diejenigen, die seit Monaten hier freiwillig und ehrenamtlich engagiert sind und helfen, warten auf konkrete Lösungen, auf konkrete Verbesserungen. Denn es kann nicht sein, um ein Beispiel herauszupicken, dass die Helferinnen selber mit ihrem eigenen Laptop dahin ankommen, um zumindest so etwas wie eine Erstregistrierung oder irgendwas in der Art vorzunehmen, weil es da keine Software gibt vor Ort. Das kann nicht sein. Und dazu haben Sie auch einiges gesagt zum Thema IT. Wir sind unendlich dankbar dafür, was die Helferinnen tagtäglich leisten. Sie werden nicht müde, es zu tun. Sie leisten unglaublich wertvolle Arbeit. Und ich möchte Ihnen auch Danke sagen. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug tun. Ihrem Dank möchte ich mich anschließen und Danke sagen und auch uns darüber freuen, dass Sie da sind und auch weitermachen wollen mit uns. Denn es war nicht ganz leicht die letzten Monate. Vielen Dank. Und wir sehen auch an der überwältigenden Hilfsbereitschaft, die sich tatsächlich auch quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Quer durch die Stadt, von Westend bis Hellersdorf, von Reinickendorf bis Treptow. Es zeigt sich vor allem eins. Berlin steht zusammen und diejenigen, die Hass und Menschenverachtung säen wollen, haben in Berlin keinen Platz. Denn die anderen sind viel, viel mehr. Und das ist unser Berlin. Und das soll das auch so bleiben. Aber diese Klarheit, die wir hier in Berlin haben, vermisse ich zunehmend in der Bundespolitik. Und wir wissen ja alle um die Herausforderung, die niemand hier leugnet. Sie haben die Zahlen genannt. Wir kennen sie. Aber gerade in schwierigen Zeiten und in Krisensituationen sollten wir uns doch auf das besinnen, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Und das ist an erster Stelle unsere Verfassung, unser Grundgesetz. Und unsere Grundrechte, wie das Grundrecht auf Asyl, sind eben nicht nur für gute Zeiten und Sonntagsreden gedacht. Sie haben ihren Bestand auch und gerade in Krisenzeiten. Da scheinen einige aus dem Blick verloren zu haben, insbesondere wenn man Richtung Bundesregierung schaut. Der Innenminister aber fällt uns und die Regierungskoalition nahezu täglich mit neuen Vorschlägen zur Abschreckung von Flüchtlingen und Haushüllung von Grundrechten. Ob die Dublin-Verordnung mal eben durch die Hintertür eingeführt wird, der schäbige Vorschlag, den Schutzstatus für Flüchtlinge aus Syrien zu verschlechtern oder die Idee zur Beschränkung des Familiennachzuges. Da hat man den Eindruck, wenn man auf diese CDU-CSU schaut, das C kann man streichen, christlich ist das wahrlich nicht. Das S, dem Sozialen hat man es auch nicht so. Und bei der Zerstrittenheit kann man auch noch feststellen, eine Union ist das auch nicht mehr. Vor einigen Tagen haben wir in den 9. November begangen. Und es war unerträglich zu sehen, wie am 9. November in diesem Jahr Bergida und andere Rechte mit Reichsfahnen und Reichskriegsflaggen an der Synagoge in der Rieke-Straße vorbeigezogen sind. Und das ist schon eine Frage wert, wie das eigentlich so ungestört passieren durfte, wo doch ansonsten über alles und jeden hier in der Stadt informiert wird. Nur da in der Rieke-Straße in der Synagoge am 9. November durften die vorbeiziehen. Dieser 9. November erinnert an dunkle Stunden von 1938, aber auch an den Glücksmoment des Mauerfalls von 1989. Und nicht nur anlässlich dieses Datums fragen wir uns, wie wir heute mit dieser größten Herausforderung seit der Wiedervereinigung umgehen wollen und umgehen können. Und das ist vielleicht kein Zufall, dass diejenigen, die wie die Bundeskanzlerin oder wie der Bundespräsident in ihrem Leben bereits eine tiefgreifende Veränderung schon erlebt haben, diese Herausforderung von heute mit Mut und optimistischer Entschlossenheit angehen. Die Angst vor Veränderung ist offensichtlich bei denjenigen geringer, die selber gravierende Lebensumbrüche erlebt haben und gestalten konnten und für sich gesehen haben, es ist gut geworden. Das sind diejenigen, die heute mit Offenheit und Tatkraft anderen Mut machen, wir schaffen das. Und das ist richtig so. Das gilt im Übrigen auch für unzählige Migrantinnen und Migranten, dass wir schaffen das. Und da kann ich meine eigene Lebensgeschichte zu Rate ziehen. Ich kam 1988 in ein Land, was in Integrationsdingern noch nicht so ganz geübt gewesen ist damals. Es war spürbar und trotz meiner guten Sprachkenntnisse, dass ich irgendwie nicht dazugehörte und es dauerte etwas länger, bis ich dazugehörte. Der Satz also, Integration ist mehr als nur ein Sprachkurs, stimmt absolut. Das kann ich aus eigenem Erleben sehr deutlich sagen. Wir sollten alle miteinander klug genug sein, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Nicht zu versäumern, frühzeitig mit Integration, mit Teilhabe und Partizipation zu beginnen. Und dazu gehört die Realität anzuerkennen, dass viele der Menschen, die zu uns kommen, auch dauerhaft hier bleiben werden. Und sie werden sich verändern und wir alle miteinander werden uns verändern. Weil das so ist in offenen Gesellschaften und weil das gut so ist. Wer auch immer einer vorgaukelt, und das haben wir auch im letzten Plenum wieder hören dürfen, nichts würde sich ändern oder ändern dürfen, der lebt nicht in dieser Welt, sage ich ganz deutlich. Und ich möchte hier die FAZ zitieren, unverdächtig des besonderen Linksseins. Der Kommentar lautet von Volker Zastrom, In modernen Staatswesen findet ein unauffälliger Veränderungsprozess statt. Sie sind offen, weil sie technologische, ökonomische und soziale Entwicklung, also der Fortschritt, nur in geschlossenen Systemen verhindern lässt. Genauso ist das. Eingefrorene Gesellschaften gibt es nur hinter Mauern oder in totalitären Systemen. Und beides wollen wir nicht. Wir haben aber die Verantwortung, diese Veränderung zu gestalten und sie nicht einfach laufen zu lassen. Und heute heißt die größte Herausforderung, auch wenn wir über Notunterkünfte, winterfeste Notunterkünfte sprechen müssen, aber die Herausforderung und die Chance heißt eben auch Integration. Und dabei sind alle gefordert, wir, die Politik, die Gesellschaft und die Migrantinnen und Migranten. Es geht um Integration auf dem Wohnungsmarkt, in Bildung, Arbeit und in Rechtsordnung dieser Bundesrepublik. Und gerade bei Letzterer möchte ich noch mal auf die Wiedervereinigung schauen. Wenn Menschen vor Diktaturen und Erdrückung fliehen wollen und in Freiheit und Sicherheit mit ihren Kindern leben und aufwachsen wollen. Ja, auch wenn das Menschen sind, die Demokratie und Rechtsstaat vielleicht nicht ganz aus eigenem Erleben bislang kennen, weil sie diese einfach noch nicht erlebt haben. Doch sie haben aber gesehen, wie Unfreiheit, was Diktatur und was fehlende Rechtssicherheit bedeutet. Warum fehlt uns eigentlich so oft der Glaube, dass sie sich für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat begeistern lassen könnten? Ich glaube, dass das anders ist. Und ja, wir haben viele Aufgaben auf dem Wohnungsmarkt vor uns. Wir freuen uns ja, dass die Stadt wächst. 40.000 Menschen, die zu uns kommen. Und dazu kommt noch die Aufgabe der 50.000 Flüchtlinge, die auch zu uns kommen und auch irgendwann aus den Unterkünften ja raus müssen, weil wir das wollen, dass sie sich integrieren, dass sie wohnen inmitten der Stadt und unter uns, dass sie selber für sich sorgen können durch Arbeit, dass sie Ausbildung und Bildung hier erfahren, damit sie tatsächlich diesen Integrationsmotor spüren. Es geht also um bezahlbare Wohnungen und zwar für alle hier in der Stadt. Dazu werden wir heute auch noch debattieren mit dem Wohnraumversorgungsgesetz. Es geht um Bildung. Es geht um die unbegleiteten Minderjährigen, die endlich auch in die Schulen kommen müssen. Und es geht um den Arbeitsmarkt. Und ich glaube, dass wir da noch viel tun müssen. Wir wissen alle, dass es Landesunternehmer gibt, Betriebe, Verbände, die sich sehr, sehr engagieren inzwischen in der Integration. Sie bieten Ausbildungs- und Arbeitsplätze an. Aber nichtsdestotrotz wird es nicht reichen. Wir werden uns da noch mehr anstrengen müssen. Was ich bislang da kenne, sind nichts mehr als Papiertiger. Und ich glaube, ohne eigene Arbeitsmarktprogramme und eine klare Fokussierung auch auf Flüchtlinge, und dazu werden wir einen Vorschlag auch vorlegen als Fraktion, wird es auch nicht gehen in der nächsten Zeit. Alles in allem müssen wir, glaube ich, das tun, was die Notsituation erfordert. konstruktiv miteinander die Dinge versuchen zu gestalten, aber ohne das andere die Integration zu lassen. Das ist eine doppelte Herausforderung. Die gilt es aber zu meistern, damit es gelingt. Und damit Berlin das ist und bleibt, was es ist, eine offene und unverwechselbare Stadt. Und wie einige andere hier im Raum habe ich selbst eine Zuwanderungsgeschichte, eine eher europäische Ost-West-Geschichte, kann man sie vielleicht nennen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus weiß ich um die Schwierigkeiten, aber auch um die Chancen und um die Möglichkeiten, die wir nutzen sollten, um Integration voranzutreiben. Es gibt also viel zu tun. Unsere Unterstützung haben Sie, wenn es darum geht, das zu tun, was wirklich hilft. Das kann ich Ihnen zusagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Herr Salih das Wort. Bitte schön. Ansonsten wäre es gut, wenn die Kollegen dort hinten wieder die Plätze nehmen oder die Gespräche draußen führen. Herr Salih, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Berlin leistet in diesen Tagen unglaublich viel, um den ankommenden Flüchtlingen in unserer Stadt eine Unterkunft zu geben. Mein Dank gilt den Ehrenamtlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Berlin auf allen Ebenen, ob beim Lageso, bei der Feuerwehr, in der Landesverwaltung oder in den Bezirken. Sie gehen über ihre Leistungsgrenzen hinaus. Wir danken der Berliner Polizei, die an diesen Tagen die Sicherheitslage der Unterkünfte ganz besonders absichert. Wir danken auch den Tausenden Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern, die in den Schulen und Kitas mit Flüchtlingskindern arbeiten. Hier hat die Integration einer neuen Generation bereits begonnen, meine Damen und Herren. In Berlin leben mittlerweile 56.000 Geflüchtete. Die Verteilung auf die Berliner Bezirke ist ungleich. Es gibt Bezirke, da leben nur 600 Flüchtlinge, in anderen sind es über 4.000. Dieses Ungleichgewicht ist nicht mehr hinnehmbar. Es kann doch nicht sein, dass zum Beispiel in Reinickendorf ein privates Unternehmen eine Halle zur Verfügung stellt und dann verzögert sich die Nutzung, weil der Bezirk die Unterkunft blockiert. Das ist verantwortungslos. Der Winter ist da und jeden Tag kommen neue Flüchtlinge zu uns. Es ist unsere Verantwortung, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Um nicht mehr geht es im Moment, um die Vermeidung von Obdachlosigkeit. Es geht längst nicht mehr um Mindeststandards. Deshalb bin ich dem Regierenden Bürgermeister dankbar. Er hat zu Recht deutlich gemacht, es besteht Handlungsbedarf. Die Prozesse müssen beschleunigt werden. Und die Politik hat die Aufgabe, das besser zu organisieren. Diese Haltung des Regierenden Bürgermeisters unterstützen wir als SPD-Fraktion. Alles andere hieße, nichts zu tun und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und das wäre verantwortungslos. Unsere Aufgabe liegt aber darin, Verantwortung zu übernehmen und Antworten auf die drängenden Fragen zu finden. Die politischen Maßnahmen von heute werden aber nicht die einzigen bleiben. Nach Berlin kommen nicht nur jeden Tag Flüchtlinge, sondern auch Bürgerinnen und Bürger aus Deutschland und aus ganz Europa. Berlin ist und bleibt eine der attraktivsten Städte Europas und ein Magnet für viele Menschen. Das heißt für uns, wir werden unsere gesamte Wohnungsbaupolitik weiter ausbauen müssen. Und zwar für alle Berlinerinnen und Berliner. Nicht nur für Flüchtlinge, aber auch für Flüchtlinge. Und jede und jeder in dieser Stadt muss seine Chance auf angemessenen Wohnraum haben. Und wir lassen nicht zu, dass die Menschen in Berlin gegeneinander ausgespielt werden. Die Rentnerin gegen den Studenten, der Flüchtling gegen die alleinerziehende Mutter. Sie alle beanspruchen zu Recht ihren Platz in Berlin. Berlin und auch die anderen Bundesländer bemühen sich zurzeit um pragmatische Lösungen. Doch auf Bundesebene herrscht ein unsägliches Chaos. Die Bearbeitung von Asylanträgen dauert immer noch viel zu lange. Zugleich werden fast jede Woche neue politische Ideen von Regierungsvertretern in die Öffentlichkeit hinaus posaunt. Der Tiefpunkt der Debatte ist der Versuch, den Familiennachzug von syrischen Flüchtlingen zu begrenzen. Es ist klar, auf Dauer ist eine Situation, wie wir sie im Moment erleben, nicht tragbar. Natürlich ist Deutschland nicht unbegrenzt belastbar. Aber diejenigen, die bereits hier sind, mit ihnen muss man respektvoll umgehen. Beim Familiennachzug anzusetzen, ist der falscheste aller Wege, meine Damen und Herren. Das ist unmenschlich. Es bedeutet, dass Frauen und Kinder im Kriegsgebiet bleiben sollen. Oder meint der Bundesinnenminister, dass jetzt tausendfach Frauen und Kinder über die gefährliche Balkanroute kommen sollen? Eine Begrenzung des Familiennachzugs ist aber auch völlig kontraproduktiv. Denn wenn man familienther reist, dann kann keine Integration gelingen. Deshalb schafft diese Idee Unsicherheit und Angst. So schadet man der Integration in Deutschland. Daher ist die Idee abzulehnen, meine Damen und Herren. Solche Debatten zeigen, dass es einen inneren Konflikt in der Union gibt. Die CSU steht dem Rechtspopulisten Viktor Orban näher als der eigenen Kanzlerin. Auch die CDU-Minister Schäuble und die Maizière gehen auf Distanz zur Kanzlerin. Und die CDU-Bundestagsfraktion stellt sich gegen die Haltung der Kanzlerin. Dieser Konflikt ist in solch einer angespannten Lage unerträglich. Die Union steht auf der Bundesebene am Rande der Regierungsfähigkeit. Meine Hoffnung ist, dass die Berliner CDU sich nicht weiter in diesen Sog hineinbegibt. Dass wir weiter sachlich und pragmatisch arbeiten. Mit Parolen und Scheinlösungen ist in Berlin niemandem geholfen. Stattdessen müssen und werden wir weiter unsere Hausaufgaben machen und diese Situation so gut wie möglich meistern. Miteinander und nicht gegeneinander. Bitte bleiben Sie auf diesem Weg. Gerade in Ihren Ressorts und Verantwortungsbereichen ist doch so viel zu tun. Konzentrieren Sie sich lieber darauf. Auf Bundesebene erleben wir politische Geisterfahrer. Doch auch die europäische Politik ist Teil des Problems. Europa droht an der Flüchtlingskrise zu scheitern. Deutschland ist mittlerweile fast das letzte Land mit einer liberalen Flüchtlingspolitik. Wenn es nicht mehr zu mehr Gemeinsamkeiten innerhalb der EU kommt, dann ist klar, das europäische Projekt der gemeinsamen Lasten und der Solidarität steht vor dem Aus. Zugleich ist die Flüchtlingskrise die Quittung für eine misslungene Politik der Weltgemeinschaft in den letzten 15 Jahren. Wir haben nach 2001 Interventionen in Afghanistan, dem Irak und Libyen erlebt. Aber es hat kaum oder gar keine politischen Lösungen gegeben. Das Vakuum, das nach der Interventionen und dem arabischen Frühling entstanden ist, haben radikale Kräfte für sich genutzt. Deshalb ist Afghanistan und der Irak natürlich keine sicheren Drittstaaten. Wer ernsthaft so tut, als wenn Afghanistan ein sicherer Drittstaat wäre, der macht der Bevölkerung was vor, meine Damen und Herren. Wir müssen uns doch nicht wundern, wenn Menschen sich auf den Weg zu uns machen. Früher schien der Krieg in Syrien weit entfernt. Nun sind die syrischen Kriegsflüchtlinge Teil unserer Lebenswirklichkeit in Berlin. Genau diese Zusammenhänge müssen wir den Menschen erklären. Wir müssen als Politik den Mut haben, auch in Kleingarten, auch in Vereinshäusern zu erklären, wie kompliziert diese Welt ist und dass Deutschland keine Insel ist. Meine Damen und Herren, Integration beginnt, wenn die Leute ihre Koffer auspacken. Wir dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Als die Gastarbeiter zu uns kamen, da glaubten viele noch, dass sie Gäste bleiben würden. Aber es sind Deutsche geworden. Die Aussage, dass die Leute schon bald wieder zurückkehren, war eine Lebenslüge. Und diese Lebenslüge dürfen wir nicht wiederholen. Viele Flüchtlinge werden bei uns bleiben. Sie sollen zu gleichberechtigten Berlinerinnen und Berliner werden. Sie sollen teilhaben an unserer Wirtschaft, an unserer Kultur und an unserer Demokratie. Wir brauchen, dafür brauchen wir mehr als nur eine Willkommenskultur. Wir müssen dafür sorgen, dass Berlin sich für die, die hier sind, weiter wie eine Heimat anfühlt. Und dass Berlin für die, die zu uns kommen, zu einer Heimat wird. Wie kann das gelingen? Ich glaube, dass wir einen neuen Verständungsprozess brauchen. Über das Gemeinsame, das Verbindende. Eine Debatte über eine neue deutsche Leitkultur. Die Diskussion über die Leitkultur müssen wir gemeinsam führen. Die Alteingesessenen und die Zugezogenen. So können wir Ängste abbauen. Auf beiden Seiten. Eine Leitkultur heißt, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Alle gemeinsam. Rechtsstaatlichkeit und Schulpflicht. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das Verbot der Diskriminierung von Minderheiten. Religionsfreiheit statt Staatsreligion. Das sind Selbstverständlichkeiten. Wer sie nicht achtet, schließt sich aus der Gemeinschaft aus. Unsere Werte gehen aber über die Rechte des Grundgesetzes hinaus. Wir stehen für harte Arbeit und soziale Sicherheit. Wir stehen ein für die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Und wir lassen auch nicht zu, dass diese Gleichberechtigung mit Verweis auf angebliche kulturelle Unterschiede beschränkt wird. Wir stehen ein für die gewaltfreie Erziehung. Zu unserer Leitkultur gehört auch, dass wir die Mitte unserer Gesellschaft stark machen. Dass wir nach politischem Konsens suchen. Und dass wir Extremismus ablehnen. Egal ob Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiösen Extremismus oder Antisemitismus. Extremismus hat bei uns in Berlin keinen Platz, meine Damen und Herren. Denn genau weil wir eine Demokratie sind, genau weil wir alle die Werte in einer offenen Gesellschaft leben und teilen, deshalb fliehen die Menschen zu uns. Sie wollen nicht nach Saudi-Arabien oder nach Katar. Sie wollen in Freiheit leben. Sie wünschen sich ein Leben in unserer Wertegemeinschaft. Das kann uns stolz machen und selbstbewusst. Es heißt aber auch, dass unsere Werte und unsere Kultur stärker werden und nicht schwächer, wie manche behaupten. Und genau das müssen wir als Politik der Bevölkerung immer wieder erklären. Erklären, erklären, erklären. Wir müssen das Gespräch suchen mit den Berlinerinnen und Berlinern. Überall in der Stadt. Auch an den Stammtischen. Und wir müssen auch, wenn es schwerfällt, jeden Tag neu für die Werte der Menschlichkeit, der Demokratie und der offenen Gesellschaft werben, anstatt Ängste zu schüren und Vorurteile zu verbreiten. Das ist unsere Aufgabe in dieser Zeit, meine Damen und Herren. Pegida, AfD und andere Rechte sind die rhetorischen Brandstifter in unserer Republik. Die Gewalt der Worte schafft die Grundlage für einen neuen rechten Terror. Mittlerweile müssen wir erleben, dass Flüchtlingshelfer angegriffen werden. Dass, wie in dieser Woche, auf ein Flüchtlingsheim geschossen wird. Journalisten werden von Rechtsextremen angegriffen. Hier bei uns in unserer Hauptstadt, vor dem Wahlkreisbüro. Unsere Abgeordneten randalieren Nazis und bedrohen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All diese Angriffe auf unsere Werte, all das sind Angriffe auf unsere Kultur und all das sind Angriffe auf unsere Demokratie und damit auf uns alle, meine Damen und Herren. Diesem neuen rechten Terror, dem Terror der Worte und dem Terror der Gewalt müssen wir uns gemeinsam mit der Zivilgesellschaft entgegenstellen. Wir stehen zusammen für Freiheit, gesellschaftlichen Frieden, Vielfalt und Demokratie. Wir als Politikerinnen und Politiker tragen Verantwortung dafür, dass sich unsere Gesellschaft nicht spalten lässt. Dass wir wirklich unsere deutsche Einheit, die Einheit von Ost und West, von Arm und Reich, von Migranten und Nicht-Migranten, dass wir diese Einheit gemeinsam schaffen. Mit Sachlichkeit, mit Augenmaß und mit entschlossenem Handeln und mit einer Gemeinsamkeit über Parteigrenzen hinweg werden wir die Integration in eine starke deutsche Gesellschaft meistern. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, das war eine sehr bemerkenswerte Regierungserklärung und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken. Wir hatten, um ehrlich zu sein, so eine Regierungserklärung schon zum Flüchtlingsgipfel erwartet und auch gefordert. Jetzt also heute, ich frage Sie, warum eigentlich so spät? Wieso nicht nach der Sommerpause, als die Kanzlerin gesagt hat, wir schaffen das und die Vertreter ihrer Koalition artig und überschwänglich und völlig zu Recht das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen in Berlin gelobt haben, wohl wissend, dass ohne dieses ehrenamtliche Engagement das Versagen des Senats bei der Erstversorgung und Unterbringung der Flüchtlinge nur noch dramatischer gewesen wäre. Und vor einem Monat, Herr Müller, haben Sie dann den Innensenator reden lassen. Der hat exakt bei allen politischen Fragen zur Flüchtlingspolitik das Gegenteil erzählt von dem, was Sie heute hier erzählt haben. Und da konnte dann eben auch jeder feststellen, der zugehört hat, die Berliner CDU ist eben weder guten Willens, noch will sie es schaffen. Sie setzt voll und ganz auf die Seehofer-Demissier-Linie und das heißt abschrecken, abschotten, abschieben. Und das, lieber Herr Müller, haben Sie heute auch noch mal sehr deutlich gemacht, dass Sie inhaltlich die Koalition mit der Berliner CDU gekündigt haben. Und Sie haben außerdem dem zuständigen für Flüchtlingspolitik, für die Unterbringung und die medizinische Versorgung zuständigen Senator eine Rücktrittsaufforderung erster Klasse unterbreitet. Das konnte heute jeder hier hören. Manches wird ja auch schon getwittert aus den CDU-Bänken. Das ist bemerkenswert. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und bei allen Differenzen, die wir im Einzelnen, was Maßnahmen hier in Berlin angeht, bei der Unterbringung und was die Beurteilung der Probleme, wie sie erstanden sind und wie sie gelöst werden können, mit welchem Plan. Bei allen Differenzen, die wir im Einzelfall haben. Sie können sicher sein, wenn Sie bei der Linie bleiben, die Sie hier im ersten Teil Ihrer Rede zu Kunden zu wissen gegeben haben, haben Sie uns auf Ihrer Seite, weil wir müssen hier gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und für eine vernünftige Integration von Flüchtlingen gemeinsam streiten. Ich glaube ja, dass Sie heute so offene Worte gefunden haben, weil Sie auch selbst festgestellt haben, die Situation der Geflüchteten in Berlin ist trotz mancher Ankündigung nicht wirklich besser geworden. Und Ausflüchte der Verantwortlichen gab und gibt es viele. Und dieser Senat hat mehrfach dokumentiert, dass er sich nicht einig ist. Er blockiert sich selbst mit Unwillen, Unfähigkeit, Neid und Missgunst zwischen den Ressorts. Eine gemeinsame Strategie, die das Wir schaffen das und wir haben dafür einen Plan Wirklichkeit werden lässt, war bisher nicht erkennbar. Und dann, meine Damen und Herren, ist es auch kein Wunder, wenn die positive Stimmung in der Stadt bröckelt. Die Forsa-Umfrage vor zehn Tagen war sehr erhellend. Die Berlinerinnen und Berliner haben in ihren Bezirken zu über 90 Prozent kein Problem mit Flüchtlingen. Ein wunderbarer Befund. 47 Prozent haben Sie in Ihrem Lebensumfeld noch gar nicht bemerkt. 45 Prozent haben Sie bemerkt, aber haben kein Problem mit Ihnen. Und nur ganze sieben Prozent haben Sie bemerkt und haben ein Problem mit Ihnen. Und gleichzeitig haben wir jetzt erstmals eine knappe Mehrheit, die glaubt, dass Deutschland mit den zu erwartenden Flüchtlingen überfordert ist. Das, meine Damen und Herren, lieber Michael Müller, das ist bei allen selbstkritischen Worten, die Sie hier gefunden haben, muss man feststellen, das ist nicht die Schuld der Flüchtlinge, wenn die Stimmung kippt, dann ist das die Schuld der Bundesregierung und auch das Versagen dieses Senats. Es ist das organisatorische Chaos, die bewusst und unbewusst produzierten Bilder des Ansturms, die Dokumentation der staatlichen Überforderung, die Bilder von Massenunterkünften mit miserablen Standards. Und ja, wir müssen weiter über Standards reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist die Krisen- und Überforderungsrhetorik aus CSU, CDU und SPD, die den Leuten, die in ihrem Alltag praktisch kein Problem mit der Aufnahme von Flüchtlingen haben, Angst einredet. Und es sind die Diskussionen über Sicherheitsprobleme, Krankheiten und mögliche zusätzliche Steuern, die den Leuten Sorgen bereiten und den Pegida-Mob befeuern. Und Sie haben es ja selbst angedeutet und teilweise auch ganz offen ausgesprochen, die Berliner CDU-Senatoren mischen da fleißig mit. Kaum ist Herr Heilmanns-Tirade auf die angeblich betrügerischen Ärzte und Therapeuten, die Abschiebungen verhindern, verklungen, macht Henkel beim Angriff auf die Familienzusammenführung mit. Ausgerechnet Herr Henkel, der als Konservativer nicht müde wird, den besonderen Schutz von Ehe und Familie im Grundgesetz zu betonen. Gerade dieser Herr Henkel will nun die syrischen Familien auseinanderreißen. Der eine Teil der Familie darf hier in Deutschland sein, der andere Teil muss entweder im Kriegsgebiet bleiben oder sich auf die lebensgefährliche Reise übers Mittelmeer begeben. Syrische Familien sollen also vom Schutz des Grundgesetzes ausgenommen werden. Das ist wirklich an Zynismus nicht zu überbieten. Meine Damen und Herren, das wohl größte Problem, mit dem wir es derzeit in Berlin zu tun haben, ist, es wird nicht wirklich Mut gemacht. Es wird den Leuten nicht die Angst genommen. Es werden Scheinlösungen präsentiert. Ja, Herr Müller, Sie haben es eben selbst erklärt. Geld für Länder und Kommunen wird mit einer schlimmen Verschärfung des Asylrechts verkauft. Es wird suggeriert, damit könne der Flüchtlingszuzug begrenzt werden. Die Ausweitung der sogenannten Sicherung Herkunftsstaaten, die Abschreckungswirkung von Sachleistungen statt Bargeld, schnellere Abschiebungen, Verschärfung von Residenzpflicht. Ja, glaubt denn hier wirklich irgendwer? Das würde dazu führen, dass Flüchtlinge sich sagen, ach nö, dann doch lieber nicht flüchten. Sie wissen, dass das Unsinn ist. Es gibt dadurch nicht weniger Flüchtlinge. Sie werden nur noch mehr gequält durch Schikanen, durch bürokratische Hürden, letztendlich längere Verfahren. Mit humanitärer Flüchtlingspolitik hat das nichts mehr zu tun. Warum nur, Herr Müller, haben Sie diesem schäbigen Deal im Bundesrat nur zugestimmt? Ich verstehe es nicht. Und schon wird an der nächsten Umdrehung gebastelt. Jetzt wird es mit Aufnahmezentren versucht, mit einem eingeschränkten Familiennachzug. Auch Syllbewerbern will man für Integrationskurse Geld abknöpfen. Es werden sogar Beschränkungen für Syrer und Afghanen gefordert und damit bewusst in Kauf genommen, dass Menschen Kriegsgebieten um ihr Leben fürchten müssen. Der Kollege Salih hat darauf hingewiesen. Sie wissen, diese ganzen Grausamkeiten werden nichts helfen. Sie führen nur zur Verlängerung der Asylverfahren. Sie führen dazu, dass die Menschen, die hier ankommen, immer schlechter behandelt werden. Dass ihnen die Ankunft nachs Leben in Deutschland so schwer wie möglich gemacht wird. Das ist unwürdig in einem so reichen und großen Land wie Deutschland. Einem Land, das eine besondere Verantwortung, eine besondere historische Verantwortung bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen hat. Auch die Forderung nach einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen auf bestimmte Kontingente ist einigermaßen abenteuerlich. Und auch wenn es als Einzelmeinung aus meiner eigenen Partei unterstützt wird. Erstens, es ist verfassungswidrig. Unser Grundrecht auf Asyl kennt aus gutem Grund keine Obergrenze. Und zweitens, wie soll das funktionieren? Was passiert mit den restlichen Flüchtlingen, wenn die Obergrenze erreicht ist? Denken Sie das mal zu Ende. Sollen die dann sterben? Wir sagen es immer und immer wieder. Wer Flucht vermeiden will, muss Fluchtursachen bekämpfen. Der Bundeswirtschaftsminister hat im laufenden Jahr mehr Rüstungsexporte genehmigt als in den Vorjahren. Das ist doch absurd. TTIP wird durchgepeitscht und wird voraussichtlich noch einige Armutsflüchtlinge mehr produzieren. Man muss sich nicht wundern, wenn man den Ländern an den EU-Außengrenzen durch die Troika brutale Austeritätsprogramme aufzwingt, wenn die dann ein Interesse daran haben, dass die Flüchtlinge schnellstmöglich nach Deutschland durchgewunken werden. Meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, keiner hier im Saal leugnet, dass es sich um eine besondere Herausforderung handelt, aktuell die steigende Zahl von Flüchtlingen vernünftig unterzubringen. Insbesondere, wenn man zwei Jahre verschlafen hat. Und Ihre Überraschung, ich habe es Ihnen direkt nach der Sommerpause in der Aktuellen Stunde schon erklärt, also ab 2012 haben wir permanent hier die Debatte gehabt, auf was man sich vorbereiten muss, und es ist nichts passiert. Das ist einfach gehört mit zur Wahrheit dazu. Aber es ist ja auch jetzt keine unlösbare Aufgabe und kein Hexenwerk. Sie haben die Zahl ja selbst genannt, sind im laufenden Jahr ca. 56.000 Flüchtlinge nach Berlin gekommen. Das sind weniger Menschen als bei einem ausverkauften Heimspiel von Hertha. Vor kurzem wollten Sie noch die Olympischen Spiele nach Berlin holen. Mit zweistelligem Milliardenrisiko und einem vielfach größeren organisatorischen und logistischen Aufwand. Ich bitte Sie, es muss doch möglich sein, diese Flüchtlinge vernünftig hier aufzunehmen. Ja, Sie haben es angesprochen, es braucht dazu mehr Personal im LAGESO, vereinfachte, entbürokratisierte Verfahren, Flächen, Gebäude und einen vernünftigen Plan. Aber ein gemeinsamer Plan war ja bisher nicht erkennbar. Ich hoffe, dass das, was Sie jetzt vorgetragen haben, in einen Plan mündet, den man ernsthaft und seriös und transparent hier endlich diskutieren kann. Aber es war ja bisher immer noch so, und es ist aktuell jetzt, also die letzten Tage auch so gewesen, im Senat kocht jeder sein eigenes Süppchen. Der eine macht dies, der andere macht das, der eine fordert dies, der andere fordert das Gegenteil. Ich sage Ihnen nur noch mal das eine Beispiel mit der Polizeikaserne. Oder, nee, doch lieber das Beispiel mit der ILA, das Sie selbst angesprochen haben. Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie die Fraktionsvorsitzenden eingeladen haben zu einer Telefonkonferenz und uns da gesagt haben, dass Sie sich mit Woid geeinigt sind, dass das ILA-Thema jetzt kein Thema ist und nicht weiter verfolgt wird als Flüchtlingsunterkunft. Und zeitgleich hat Ihr Sozialsenator noch mal ultimativ Brandenburg aufgefordert, endlich diese Hallen zur Verfügung zu stellen. Dieses Zickzack, dieses Desorganisierte, diese Verantwortungslosigkeit in dem Senat, das gehört zum wesentlichen Problem und das Chaos, das Sie hier verursacht haben. Und jetzt kommen wir zur Differenz in der konkreten Umsetzung, worüber wir offen reden können. Es gibt mehrere hundert Objekte oder Flächen in Bundes- oder Landeseigentum, die für Flüchtlingsunterbringungen in Frage kommen könnten. Unsere Anfragen danach können wir schon fast singen. Aber immer wieder hören wir dazu von der Verwaltung, was alles nicht geht oder ganz vage Aussagen und dass man nicht so weit ist und prüfen muss und so weiter und so fort. Herr Czaja hat 2014 die Ertüchtigung landeseigener Immobilien, hatte gesagt, die Ertüchtigung landeseigener Immobilien könnte sechs bis neun Monate dauern. Das dauert ihm zu lange. Deshalb hat er sich für Container, deren Errichtung dann ein Jahr gedauert hat, und für Turnhallen und Traglufthallen entschieden. Jetzt, sagen Sie, macht sich der Senat doch zumindest näherungsweise ernsthaft Gedanken über die Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Grundstücken. Es wird sogar über die leerstehenden Apartments der Berlin-Novo nachgedacht. Es wird über Durchgriffsrechte gegenüber unwilligen Bezirken nachgedacht. Alles Dinge, lieber Herr Regierender Bürgermeister, die vor zwei Jahren oder vor Jahresfrist oder vor zwei Monaten durch die Opposition angeregt oder gefordert wurden und jeweils noch mit großer Geste abgelehnt wurden. Wenn Sie da jetzt was ändern, unseren Segen haben Sie. Aber von Transparenz über für Unterkünfte geeignete Gebäude und Flächen sind wir nach wie vor meilenweit entfernt. In Ihrer Vorlage für den Hauptausschuss wird erneut deutlich, dass Sie nicht wirklich umfassend geprüft haben. Wir wissen immer noch nicht, warum in der Notunterkunft in der Thielallee ein Großteil der anderen Gebäude, voll beheizt und geputzt, weiterhin leer steht. Wir wissen immer noch nicht, warum das ehemalige Gebäude des Bundesministeriums in Moabit, 850 Räume mit Kantine, ebenfalls leer steht. Was ist mit dem Haus der Statistik? Im Juli diesen Jahres hat meine Kollegin Lomscher den Senat zum Leerstand von Büroflächen befragt. Die Antwort lautet zusammengefasst, keine Ahnung, interessiert uns auch nicht. Also wir stellen fest, in der ganzen Stadt gibt es noch Bürogebäude, Grundstücke und Wohnungen, die nutzbar wären. Und anstatt sich zu trauen, dieses Potenzial wirklich zu nutzen, nimmt man die selbstverschuldete Krisensituation, um dann eine neue Debatte zum Tempelhofer Feld aufzumachen. Ja, lieber Michael Müller, ich bitte Sie ernsthaft, bevor Sie nicht den Nachweis erbracht haben, dass Sie alle Möglichkeiten, was Grundstücke, Gebäude und Büro- und Gewerbeflächen angeht, ausgeschöpft haben. Ersparen Sie uns die Versuche, die Volksgesetzgebung mit Verweis auf die Flüchtlinge auszuhebeln. Das ist unnötig und kein guter Stil. Es gibt Alternativen zu Zelten, Turnhallen oder Hangars. Und wir sind uns doch hoffentlich einig, dass das kein befriedigender Zustand ist, dass tausende Menschen in Hangars und Turnhallen hausen, ohne Privatsphäre, ohne Räume für medizinische Versorgung, ohne ausreichende sanitäre Einrichtung, ohne Kinderbetreuung und Deutschkurse. Und wir müssen rechtssichere Möglichkeiten schaffen, mit denen wir leerstehende Gebäude sicherstellen. Und Sie haben es ja auch noch mal darauf hingewiesen. Ich habe das so verstanden, liebe SPD-Kolleginnen und Kollegen, dass der Regierende Bürgermeister Ihnen empfiehlt, den gemeinsamen Oppositionsantrag dem Hamburger Modell zur Sicherstellung von Wohnimmobilien und Flächen zuzustimmen. Dankeschön. Richtig. Gute Idee. Sollten wir so machen. Und, meine Damen und Herren, es wird allen Halben so getan, als hätte sich die Lage am Lageso jetzt zum Besseren gewendet. Das ist nicht so. Es fehlt weiterhin ein Personal. Sie haben es selbst angesprochen. Wir haben jetzt zwar beheizte Zelte, aber noch lange keine sichere Terminvergabe. Und die Termine, die vergeben werden, sind zum Teil jetzt schon absehbar, wenn sie mit der Vergabe, dass sie nicht haltbar sein werden. Und bei dieser permanenten Überforderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird jetzt eine Debatte angefangen, die Mitbestimmungsrechte der Personalräte einzuschränken. Meine Damen und Herren, ist das die Form von Mitarbeitermotivation, die Sie sich vorstellen? Wir wissen von den Personalräten und vom Hauptpersonalrat, dass sie gerne helfen wollen im Sinne einer humanitären Flüchtlingspolitik. Miteinander vernünftig reden könnte helfen. Nicht die Leute erst im Regen stehen lassen und dann auch noch Schuhriegeln. Herr Regierender Bürgermeister, es ist traurig, dass Berliner Senatoren, statt sich selbstkritisch zu befragen, was da alles schiefgelaufen ist, sich an den Abschreckungs- und Abschottungswettbewerb auf der Bundesebene beteiligen. Es ist wichtig, dass wir jetzt in den öffentlichen Debatten nicht zulassen, das haben Sie auch dankenswerterweise noch mal betont, dass diejenigen, die hier leben und wenig materiellen Wohlstand haben, gegen die ausgespielt werden, die kommen und gar nichts haben. Wir brauchen keinen Soli und keine Extrasteuer für Flüchtlinge. Wir brauchen insgesamt eine gerechtere Steuerpolitik. Wir sind eins der reichten Länder dieser Erde. Und wir können und müssen uns leisten, den Reichtum gerechter zu verteilen. Und Deutschland hat dafür auch alle Voraussetzungen. Der Bund hat aktuell 21 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss. Und auch in Berlin geht wieder mehr. Es ist Geld da, um zu investieren. Das müssen wir tun, um die Flüchtlinge, die nach Berlin kommen, nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu integrieren. Und ja, Michael Müller, wir können das schaffen, aber wir müssen nur wollen. Vielen Dank für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Regierender Bürgermeister, ich will Sie zu Beginn der Rede ansprechen. Sie haben in Ihrer Rede auch selbst eigene Fehler eingeräumt. Das ist stark, weil Selbstkritik immer etwas ist, was, glaube ich, keinem leicht fällt. Und dafür haben Sie auch meinen Respekt. Sie haben dann allerdings im Verlauf der weiteren Rede nicht der Versuchung widerstanden, Mängel oder kritikwürdige Punkte, die diskutiert werden, auf einzelne Kollegen oder Verwaltungsspitzen zu delegieren. Das war wiederum schwach, weil am Ende trägt der Senat und Sie als regierender Bürgermeister die Gesamtverantwortung. Und vielleicht haben Sie auch bei der Situation der selbstkritischen Findungsphase in Vorbereitung auf die Rede mal nachgedacht darüber, ob Sie vielleicht nicht doch zu lange gewartet haben. einen zentralen Koordinierungsstab einzurichten. Das ist erst im Sommer passiert. Herr Schaier hat das 2014 bereits gefordert. Es ist zwar richtig, dass es jetzt geschehen ist. Also insofern Selbstkritik bitte an jeder Stelle. Und Herr Kollege Wolf, Sie haben darauf hingewiesen, was auf der bundespolitischen Ebene, die Bundesregierung, die Landesregierung, der Bundesrat, was an Diskussionen so stattfindet. Und da war es dann aber mit den Gemeinsamkeiten, die Sie mit der Koalition gesehen haben oder mit Teilen schon vorbei. Denn Sie haben vergessen, all das, was dort beschlossen wurde, hat Berlin mitgetragen. Wir haben das gemeinsam beschlossen. Die Bundesregierung aus der Großen Koalition und auch die Große Koalition in Berlin hat dort zugestimmt. Meine Damen und Herren, natürlich, die Zahlen sind ja genannt worden. Ich muss das nicht noch mal wiederholen. Wir stehen vor einer Herausforderung, dass wir täglich in Berlin 700 bis 800 Menschen registrieren und bundesweit seit Anfang des Jahres eine Million Flüchtlinge registriert wurden. Und natürlich stellt uns das vor enorme Herausforderungen in Bezug auf Registrierung, Unterbringung und Versorgung. Es stellt uns vor Herausforderungen in Bezug auf die Rückführung der abgelehnten Asylbewerbe. Es stellt uns vor Herausforderungen der Integration der Schutzbedürftigen, der Finanzierung des Asylschutzes, aber auch vor Herausforderungen des Zusammenhalts unserer Stadt. Und meine Damen und Herren, wir als Koalition, CDU und SPD, wir stellen uns diesen Herausforderungen. Denn die Bürgerinnen und Bürger in Berlin erwarten, dass wir eine nachhaltige Lösung für diese außergewöhnliche Situation finden. Und mir ist genauso wichtig zu betonen, auch das hat der Regierende Bürgermeister getan, wir kümmern uns weiterhin um die vielen konkreten Probleme der Berlinerinnen und Berliner, die wachsende Stadt, Wirtschaft, Bildung und Sicherheit. Denn auch das erwarten die Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Und angesichts der weiter dramatisch steigenden Flüchtlingszahlen müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, den Schutz, die Versorgung und die Erstunterbringung der kommenden Flüchtlinge. Und natürlich gelingt uns das zurzeit auch deshalb, weil sich ganz viele bewundernswert einbringen, die Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, aber auch die Verwaltungsmitarbeiter im LAGESO und nicht zuletzt die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Und auch ich möchte diesen Menschen noch mal meinen Dank aussprechen an dieser Stelle. Ich bin sehr froh darüber, über diese Hilfsbereitschaft, die wir in Berlin haben, dass es gelingt, den Menschen aus den Krisenregionen hier zu helfen, sie willkommen zu heißen. Und ich bin auch froh, dass das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe inzwischen gesehen wird. Und ich möchte die Kritik, die aus der Opposition an Herrn Schayer eben gekommen ist, auch noch mal zum Anlass nehmen zu sagen, wenn es einen Kollegen in dem Senat gab, der frühzeitig, nämlich schon im Frühjahr 2014, auf die Probleme hingewiesen hat, dann war er das. Er arbeitet mit seinen Verwaltungen. Herr Lauer, dass Sie schlauer waren, das ist ja klar. Das ist logisch. Aber, dass Sie schlauer sind und alles besser wissen, ist klar. Aber, dass diese Situation nicht vorhersehbar, haben ja nun alle, selbst Herr Wolf an dieser Stelle eingeräumt. Und es ist doch auch vieles unternommen worden. Das Beispiel der Bundesallee ist doch eins, was Schule machen wird. Dort arbeiten gleich mehrere Behörden unter einem Dach. LaGeso, BAMF, Ausländerbehörde, Bundesagentur für Arbeit. Und dort wird inzwischen tagesgleich entschieden zur Registrierung. Und zwar über diejenigen, die hier bleiben können, und über diejenigen, die keinen Anspruch haben. Und natürlich hat ein solches Modell Vorbildcharakter. Und es ist doch ein Fortschritt, wenn es heute mit der Bundesallee gelingt, am Tag rund 600 Menschen zu registrieren, wenn es vorher nur 200 waren. Diesen Fortschritt müssen wir doch auch einmal zur Kenntnis nehmen. Und das ist ein Erfolg des Senator Schaier. Und es ist hier immer wieder angesprochen, die Frage der sicheren Herkunftsländer. Ja, ich wünsche mir noch schnellere tagesgleiche Verfahren auch für die Westbalkanflüchtlinge. Das ist richtig, Herr Regierender Bürgermeister. Die Zahlen sind zurückgegangen. Von 40 Prozent auf 5 Prozent. Aber was ist die Ursache dafür? Die Ursache dafür liegt in der Entscheidung des Bundesrats, die Länder als sichere Herkunftsstaaten einzurichten, weil das eine abschreckende Wirkung hat in den Heimatländern. Und es ist genau richtig... Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bei den anderen wurde zugehört. Herr Kollege Lauer, das steht Ihnen aber auch gar nicht zu. Herr Graf, Sie haben das Wort. Es ist auch richtig, dass wir ein solches Zentrum für die Westbalkanflüchtlinge jetzt schaffen. Ich habe das den Medien entnommen, dass der frühere Abschiebegewahrsam Grünau jetzt vorbereitet wird in diesen Tagen dafür und dass das losgehen kann. Und das ist genau der richtige Schritt, denn wir müssen mit der Rückführung beginnen. Und das ist auch Konsens in der Koalition. Wenn Sie Herrn Müller richtig zugehört haben, hat er auch deutlich gemacht. Ja, Sie hören immer, was Sie nur hören wollen. Das wissen wir doch. Aber das wissen wir, dass die Rückführung stattfinden muss. Denn, meine Damen und Herren, machen wir uns doch nichts vor. Immer mehr Länder und Kommunen geraten an die Grenze ihrer Belastbarkeit. In manchen Kommunen ist sie auch überschritten. Frau Kollegin Popp, lesen wir mal die Leitlinien von dem Tübinger Oberbürgermeister Herrn Palmer. Der sagt Ihnen dazu einiges. Und auch in Berlin werden wir täglich Zeugen dieser Belastungsgrenze. Unsere Aufnahmemöglichkeiten sind endlich. Das ist übrigens ein Zitat, Herr Wolf und Herr Müller, der Ikone Ihres früheren Senates, Herrn Körting, der gestern unter diesem Titel einen Namensartikel aufgezeichnet hat. Unsere Aufnahmemöglichkeiten sind endlich. Es gibt doch Fragestellungen, die diskutiert werden. Das kann man doch nicht vom Tisch wischen. Finden wir noch ausreichend Unterkünfte zur Unterbringung? Und gibt es überhaupt noch genügend seriöse Betreiber, die das tun wollen? Bringen wir künftig Flüchtlinge in Hallen oder in Wohnungen unter? Und wie viele Wohnungen benötigen wir eigentlich in einer Stadt, wo der Wohnraum wie Berlin ohnehin knapp ist? Oder wie können wir die Menschen richtig in unsere Gesellschaft integrieren? Oder wie viel Arbeitslosigkeit bei Flüchtlingen sind wir am Ende auch bereit zu akzeptieren? Was sind wir am Ende bereit für Integration an finanziellen Mitteln zur Verfügung zu stellen? Meine Damen und Herren, Fragestellungen, die die Grenzen unserer Belastung schon aufzeigen, unabhängig von den Diskussionen über Zahlen, die auf Bundesebene diskutiert werden. Doch über diese Fragestellungen müssen wir ehrlich und offen diskutieren. Denn nur so können wir auch Antworten auf diese Fragestellungen geben. Und meine Damen und Herren, ja, es ist unsere Verantwortung, für die Schutzbedürftigen zu sorgen, ihnen zu helfen. Es ist aber auch unsere Verantwortung, den Zuzug nicht schutzbedürftiger einzudämmen. Meine Damen und Herren, sonst werden wir an den Rand unserer Kapazitäten bei den Aufnahmemöglichkeiten geraten. Und es ist unsere Aufgabe, die Schutzbedürftigen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und wie kann diese Integration gelingen? Es liegt doch auf der Hand, dass das vom Bund bereitgestellte Geld nicht im Ansatz ausreichen wird. Denn Integration bedeutet, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Erzieher. Wir sprechen von Deutschkursen, von Integrationslotsen, wir sprechen von Integration in soziale Netzwerke, auch in Sportvereine. Hier übrigens, Herr Finanzsenator, möchte ich dringend darum bitten, dass wir die aktuelle Diskussion, die heute auch in einer Tageszeitung beschrieben wird, dass Sportvereine, die zur Integration von Flüchtlingen beitragen, dass ihnen droht, die Gemeinnützigkeit zu ziehen. Lassen Sie uns gemeinsam sehen, dass wir dieses Thema lösen. Denn es ist für Sportvereine, die wirklich eine wichtige Aufgabe im Bereich der Integration haben, nichts hinzunehmen, dass sie den Status der Gemeinnützigkeit einbüßen. Und meine Damen und Herren, wir sprechen von Integrationsprogrammen, bei deren Finanzierung wir den Bund auch nicht aus der Pflicht lassen. Denn, meine Damen und Herren, Integration heißt am Ende nicht nur Willkommensgruß und Zuflucht, sondern es bedeutet, den Menschen dann auch eine dauerhafte Perspektive zu geben. Das heißt, Sprachunterricht genauso wie Ausbildung von der Kita über die Schule bis zur Uni, aber vor allem die Integration in den Arbeitsmarkt. Das ist das, worauf es ankommt. Und machen wir uns nichts vor, das ist eine gewaltige Herausforderung, denn die Integration darf ja auch nicht als Einbahnstraße missverstanden werden. Und wir brauchen glasklare Integrationsvereinbarungen. Das heißt, die geltenden Regeln müssen toleriert und akzeptiert werden. Die Menschen, die zu uns kommen, müssen sich daran halten, ob das die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder ob das die Freiheit von uns zur Religion ist. Diese Werte sind nicht verhandelbar. Und wer das nicht akzeptieren will, kann am Ende auch nicht bleiben. Meine Damen und Herren, wir müssen den unberechtigten Zugzug der Nichtschutzbedürftigen eindämmen, denn sonst wären wir an die Grenzen unseres Integrationsvermögens gelangen. Richtig ist auch, da gibt es keinen Schalt dafür. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Es gibt nicht die Entscheidung, die dazu führt, dass der Flüchtlingsstrom eingedämmt wird, sondern es braucht ein Bündel von Entscheidungen auf internationaler, auf europäischer und auf nationaler Ebene. Und Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat haben in den letzten Wochen doch auch richtige Entscheidungen getroffen. Und das lasse ich hier auch nicht so stehen, dass jetzt alle so tun, dass die Maßnahmen, die auf Bundesebene zur Verschärfung des Asylrechts, die ich ausdrücklich begrüße für meine Fraktion, dass das nun alles die Diskussion der Unionsparteien ist. Nein, das ist ein Kompromiss getragen von CDU, CSU, SPD und Teilen der Grünen im Bundesrat. Das muss man auch mal deutlich sagen. Und natürlich gehört die Ausweitung der sicheren Herkunftsländer dazu, genauso wie die Aufklärungskampagnen, die dort in den Westbalkanländern stattfinden. Denn es ist doch richtig, dass dort den Menschen keine unrealistischen Hoffnungen gemacht werden, bevor sie sich in die Fänge von Schleppern begeben auf dem Weg hierher, um zu erfahren, dass sie hier keinen Flüchtlingsschutz genießen. Das ist doch eine richtige Maßnahme. Genauso, Herr Wolf, ich teile, dass Sie das anders sehen. Das überrascht mich nicht. Aber es ist richtig, die wirtschaftlichen Fehlanreize durch die Umstellung von Bargeld auf Sachleistungen einzuschränken oder auch die Befristung von Leistungen für vollziehbare Ausreisepflichtige. Also, meine Damen und Herren, das ist das, was beschlossen wurde auf Bundesebene. Und in der letzten Woche gab es ja auch einen Koalitionskompromiss, der weiteres eingeleitet hat. Das ist die Einführung sogenannter Registrierzentren. Auch das ist ein notwendiges Signal, um schnell für diejenigen, die keine Bleibeperspektive haben, zu Entscheidungen zu kommen. Es ist im Interesse der Menschen, schnell zu wissen, ob sie bleiben können oder nicht. Und, lieber Kollege Salih, auch die Aussetzung des subsidiären Familiennachzugs haben unsere beiden Parteien letzte Woche gemeinsam auf den Weg gebracht, den befristeter Aussetzung für zwei Jahre. Also, ich bitte dann auch, das alles gemeinsam zu vertreten, was die Koalitionsparteien auf Bundesebene, was wir gemeinsam im Bundesrat unterstützen. Meine Damen und Herren, natürlich kann man nicht unerwähnt lassen das Verhalten unserer Nachbarländer in der Europäischen Union. Diejenigen, die sich hier einen schlanken Fuß machen, können nicht erwarten, dass drei Länder die Flüchtlingspolitik in Europa stemmen. Und das muss auch deutlich werden bei den Gesprächen auf der europäischen Ebene. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Viele Menschen in unserem Land machen sich Sorgen und formulieren auch Ängste. Wir müssen diese Menschen ernst nehmen. Sie haben das Gefühl, dass die Züge gelockert wurden, dass tagtägliche Bilder Ihnen auch Ängste vermitteln, dass die Welt an vielen Stellen aus den Angeln gehoben ist. Es ist unsere Verpflichtung und Aufgabe, diese Ängste zu nehmen. Und mit den Menschen zu reden. Natürlich dürfen wir überhaupt keine Intoleranz, keinen Hass und keine Gewalt dulden gegen Flüchtlinge oder deren Unterkünfte. Das müssen wir mit aller Härte des Rechtsstaates konsequent ahnden. Natürlich bleibt Berlin ein Zufluchtsort für Menschen, die vor Krieg und Terror fliehen. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung und ein Gebot der Mitmenschlichkeit. Aber um das zu gewährleisten, müssen wir eben auch den unbegrenzten Zuzug Nichtschutzbedürftiger eindämmen. Berlin hat mehrfach in seiner Geschichte unter Beweis gestellt, so auch heute, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt unsere Basis ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Piratenfraktion hat jetzt der Kollege Dilius das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe mit dem Senat heute was gemeinsam. Ich bin angeschlagen. Deswegen werde ich es ein bisschen kürzer machen. Es ist ja auch schon genug über das Problem gesagt worden. Herr Regierender Bürgermeister, zunächst einmal, glaube ich, gebührt es Ihnen Dank zu sagen für diese Rede. Ich bin dankbar, weil es war eine sehr gute Rede. Und ich bin auch dankbar, dass Sie endlich den offenen Schlagabtausch mit Ihrem in dieser Sache unsäglichen Koalitionspartner gesucht haben. Das tat Not und das tat gut. Insofern Dankeschön. Ich habe natürlich auch inhaltliche Differenzen mit Ihnen. Dazu komme ich gleich noch. Sie haben gesagt, es konnte ja keiner ahnen, so genau haben Sie es nicht ausgedrückt, dass so viele kommen werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, woran sich ganz gut zeigt, dass das nicht stimmen kann. Sie selbst haben in Ihrer ersten Telefonkonferenz, bei der ich da anwesend war, weil ich nicht am Lageso stand, nach der Sommerpause von 1.000 pro Tag geredet. Das war der Stand, den wir hatten. 1.000 Geflüchtete kommen über die Balkanroute, über München, über die Züge kommen hier an. Das war jetzt vor ein paar Monaten, zweieinhalb Monate. Jetzt reden wir von 500 bis 600. Das ist der aktuelle Stand. Das ist zum ersten Mal in dieser ganzen Sache, seit ich mich damit beschäftige, dass Prognosen rückläufig sind. Bis zu, das ist richtig. Aber wenn Sie mit bis zu Zahlen rechnen, dann kann ich ja auch erwarten, dass sich der Senat in den zwei Monaten sich auf 1.000 einstellt und dann mit 600 jetzt es leichter haben sollte. Dem ist aber nicht so. Insofern da die kleine Berichtigung. Wie sieht es wirklich in der Stadt aus? Und über die Probleme müssen wir reden. Sie haben jetzt eine Rede nach vorne gehalten. Das ist auch sehr gut. Das ist auch wichtig. Sie haben Prioritäten gesetzt, die ich teile. Aber die Analyse ist genauso wichtig. Es gibt neue Gremien. Es gibt ein neues Registrierungsverfahren oder eigentlich mehrere neue Registrierungsverfahren. Es gibt neue Staatssekretäre. Das kann der Senat auch besonders gut in dieser Legislatur. Es gibt neue Massenunterkünfte. Sie haben neue Probleme. Und ich betätige mich jetzt als Oppositionspolitiker. Sie haben ja gesagt, das soll ich am besten nicht tun. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Neue Probleme geschaffen und die alten aber noch nicht gelöst. Sie bringen jetzt mehr Menschen unter als noch im Sommer. Und regelmäßig werden neue Notunterkünfte aufgemacht. Täglich werden neue Notunterkünfte aufgemacht bis Wein. Und dabei werfen Sie allerdings, und das ist auch schon kritisiert von dem Kollegen Wolff und auch zu Recht von Frau Kollegin Popp, alle Standards über Bord. Und das da erinnigt dann, wir hatten heute eine sehr passende Gedenkminute auch zum Tod des Kollegen Helmut Schmidt, daran, dass sein Pragmatismus auch immer an sittliche Grenzen gestoßen ist. Und Herr Müller, Zeltlager in Hangars sind und bleiben Zeltlager, die nicht Standards entsprechen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann mich mit dem aktuellen Wetterbericht nicht beruhigen. Der Winter kommt. Und nicht über Standard zu reden, kann nicht die Lösung sein. Und dabei gibt es Alternativen, die sind heute auch angesprochen worden, auch dankenswerterweise von Ihnen. Änderung des Asoks, die Stimmung der Bezirke. Und der Kollege Lauer hat mich noch mal darum gebeten, explizit auf die 17.000 illegalen Ferienwohnungen in dieser Stadt hinzuweisen, die man ja auch mal anfangen könnte, zu beschlagen haben. Vielleicht wird das dann möglich sein. Da diskutieren wir gerne mit Ihnen darüber. Ein weiterer Punkt, wo ich mit Ihnen nicht übereinstimme, betrifft einen Antrag, der jetzt auch auf der Tagesordnung steht, einen dringlichen Antrag der Grünen. Die Frage der Mittelberechtigung oder der Zuweisung von Mitteln vor oder nach Registrierung. Sie haben ganz klar gesagt, Menschen müssen sich registrieren lassen, dann bekommen sie Mittel. Das Problem ist erstens, Sie kriegen es nicht hin, also Ihr Senat kriegt es nicht hin, ausreichend rechtzeitig zu registrieren. Und zweitens, nein, dem ist nicht so. Es gibt international anerkannte Grundrechte, die auch die Bundesrepublik Deutschland achtet. Und es ist ein Rechtsanspruch, den die Menschen, die hier haben, medizinische Versorgung zu bekommen, unabhängig davon, ob sie registriert sind oder nicht registriert sind. Dann kommen wir zur Bundesallee. Es ist ja jetzt angesprochen worden, stand auch heute in der Presse. Man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, aber so wie Herr Graf das jetzt eben behauptet hat, ist es halt nicht. Es werden halt nicht regelmäßig mehr Leute registriert mit Hilfe der Bundesallee und diesen neuen Verfahren. Es sind im Durchschnitt genauso viele bis weniger. Ich weiß nicht, ob Sie da waren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesallee fühlen sich von ihrer Behördenleitung vollständig im Stich gelassen. Die haben quasi keine Koordinierung, keine Kommunikation mit der völlig unmenschlich überlasteten Turmstraße, wissen auch nicht, wann da mal ein Bus kommt. Die Busse fallen regelmäßig aus. Wenn Sie dann sagen, erst nach Registrierung wird hier überhaupt irgendwie ein Leistungsanspruch bewilligt, dann läuft da was falsch. Dann müssen Sie erst mal Ihre eigenen Hausaufgaben machen, Sie als Senat und das LaGeso natürlich insbesondere. Mein Kollege Lauer hat es in einer der Reden in der vorigen Plenarsitzung auch ganz richtig gesagt. Er hat den zuständigen Senator für Soziales aufgefordert, seine Arbeit zu machen, wenn er schnellere Verfahren haben möchte, und die Menschen zu registrieren in dieser Stadt und seine Ankündigung von vor Wochen mit 1.000 pro Tag auch endlich mal wahrzumachen und eigentlich auf den echten Bedarf nämlich auf weit mehr als 1.000 zu erhöhen. Sie haben jetzt angekündigt, da Maßnahmen zu ergreifen. Ich freue mich insbesondere, dass Sie dem Kollegen Lauer an diese Sache recht gegeben haben und auch Sie, den Senator Czar, dazu aufgefordert haben, mal endlich seine Arbeit zu machen. Und das ist halt der Punkt. Es gibt ihn auch den anderen Senat, und wir haben das in der Rede von Herrn Graf auch gerade anklingen hören, und es gibt den Senat der Überforderung, es gibt den Senat der Kapazitätsgrenzen, der alle Nasen lang in der Presse sich zitieren lässt, damit, dass man jetzt irgendwie nicht mehr tun könnte. Und ich frage mich, ob das überhaupt tragbar ist, angesichts der sehr guten und sehr richtigen Rede, angesichts der Rede, die Sie hier gehalten haben. Meiner Meinung nach sind diese Überforderungsanzeigen eigentlich nur zu einem Gut, nämlich zu dem, was Sie da auch schon angedeutet haben, Platz zu machen. Ich biete das hier auch noch mal explizit Herrn Scheyer an, wenn Sie sich überfordert fühlen, wenn Ihre Kapazität erreicht ist, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, beim Regierenden Bürgermeister um Ihre Entlassung zu bitten. Aber tragen Sie diese Überforderung nicht auf dem Rücken der Geflüchteten und der Berlinerinnen und Berliner aus. So, und dann geht es halt noch weiter. Sie haben von einem Mentalitätswechsel gesprochen. Es werden ständig neue Unterkünfte aufgemacht, aber wenn dann Bezirke, helfende Anwohnerinnen und Anwohner und sogar die Betreiber nicht rechtzeitig informiert werden, dann ist da auch, da stimme ich Ihnen zu, ein Mentalitätswechsel dringend notwendig. Und wenn es dann weitergeht, dass selbst, wenn die Unterkunft wie in der Prinzregentenstraße in der letzten Woche eröffnet wird, klar ist, dass weder Wasser noch Essen noch Windeln noch Betten oder irgendetwas vorhanden ist, dann muss da auch von staatlicher Seite eingeschritten werden. und im Zweifel muss dann ein Mitarbeiter des Lagesus mit einer Kreditkarte mit Zugriff auf die Landeshauptkasse losgehen und bei Aldi die Sachen kaufen. Und dann kann das nicht an den Freiwilligen und an der Spendenbereitschaft der Freiwilligen und der Privaten hängen bleiben, so wie es passiert ist. Das ist ein Mentalitätswechsel, der braucht. Ich stimme Ihnen vollständig zu, da muss man auch mal alle Fünfe gerade sein lassen und dann geht es halt nicht immer erst darum, erst alles zu prüfen, sondern muss man auch mal machen. Dann machen Sie es bitte auch und dann kann es nicht sein, dass wie in Friedrichshain in dieser Woche bei der Eröffnung einer neuen Notunterkunft passiert, der einzige vor Ort ansässige oder anwesende Sanitäter daran gehindert werden soll, eine freiwillige Notversorgung einzurichten von LaGESU-Mitarbeitern. Das geht nicht und da braucht es den Mentalitätswechsel, den Sie angemahnt haben. So, das mit der Überforderung habe ich schon gesagt, das stirbt an anderer Stelle meiner Rede. Grundsätzlich ist es eher so, ich bin ja jetzt auch in zweierlei Eigenschaften hier, einmal als Vorsitzender meiner Fraktion, als Abgeordneter und dann, weil ich auch manchmal sehr stark und viel zu stark in die Hilfsinitiativen Arbeit in meinem Bezirk involviert bin, da kann ich nur eins Ihnen mit auf den Weg gehen, das Gemeinsam ist das Wichtigste, das haben Sie auch richtig gesagt, das muss umgesetzt werden, wenn der Staat aus welchen Gründen auch immer und ich kann nachvollziehen, dass nicht immer alles möglich ist zu jedem Zeitpunkt, gerade nicht in der Lage ist, das Notwendige zu tun, das Notwendige zu bezahlen oder irgendwas zu organisieren, dann stehen Sie den hilfsbereiten Menschen und den Hilfsinitiativen bitte nicht im Weg rum, das passiert regelmäßig und das geht nicht, weil die sind in der Lage, Dinge zu leisten, die wir als Politik und als Staat und als Land in der Vergangenheit nicht in der Lage waren zu leisten und die haben das bewiesen und denen kann man dann auch mal vertrauen und Sie nicht an Ihrer Arbeit hindern, wenn Sie sie schon unentgeltlich machen. Ja, ist immer schwierig, nicht so einfach. Und dann lügen Sie sich auch bitte nicht in die eigene Tasche. Also Sie, jetzt gar nicht mal so, es bezog sich jetzt auch mal wieder eher auf den Sozialsenator. Es ist doch nicht hinzunehmen, dass das Land Berlin keinen Zugriff auf die Firma Spicec oder auf Gegenbauer, deren Subunternehmer sie ist, hat, obwohl sie mehrfach dadurch besonders aufgefallen ist, dass sie Geflüchteten ganz herzlich mit der Faust willkommen heißt. Es kann doch nicht sein, dass der Senat da so tun kann, als könne man nichts ändern. Und Sie haben am Montag letzte Woche uns angekündigt, dass Spicec nicht mehr am Lageso arbeiten soll. Ich war jetzt in den letzten Tagen, eben weil ich nicht ganz gesund bin, nicht regelmäßig da. Ich habe die Mitarbeiterin gefragt, bis vor zwei Tagen waren die da immer noch. Das müssen Sie ändern. Das geht nicht. Ein Antrag, der dabei helfen kann, dass so etwas in Zukunft nicht wieder passiert, der ist heute auf der Tagesordnung, das ist die Priorität der Piratenfraktion. Wir können auch private Sicherheitskräfte kennzeichnen lassen, um eine konkrete, individualisierte Strafverfolgung möglich zu machen. Auch das wäre eine Maßnahme, über die wir gemeinsam diskutieren können, um an der Situation da was zu verbessern. Ja, Sie haben eigentlich viele große Teile meiner Rede haben Sie selber gehalten. Ich meine, die Piratenfraktion steht parteiübergreifend Menschen offen, das ist gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob Doppelmitgliedschaften möglich sind nach Verfassung. Ich wollte noch mal auf die ausstehenden Rechnungen hinweisen. Ich wollte noch mal auf die ausstehenden Rechnungen hinweisen. Und die Kollegen von der Opposition und auch Herr Saleh hat es ja gesagt, wir haben das Geld, bezahlen Sie es. Sie können auch nicht erwarten, dass in der Not und in der hohen Schlagzeilen, in der sie Unterkünfte eröffnen, die Betreiber immer und immer wieder in Vorleistungen gehen. Insbesondere, wenn es sich dabei um Mathesa, ASB und so weiter und all diese Leute und Organisationen, die schon seit Monaten stark, sagen wir mal, betroffen sind finanziell von dieser ganzen Situation. Zahlen Sie diese Rechnungen, sorgen Sie im Zweifel per Ihrer Richtlinienkompetenz und über den Koordinierungsstab und vielleicht Herrn Gliedsch dazu, dass diese Rechnungen bezahlt werden, wenn es die zuständige Behörde nicht tut. Das ist unbedingt notwendig, weil sonst kriegen Sie keine vernünftigen Unterkünfte hin und selbst minimale Standards sind so nicht möglich. Ich habe das vorhin beschrieben. Zusammenfassend, und ich werde nicht allzu viel zur großen politischen Wetterlage sagen, da ist auch viel schon gesagt worden und ganz oft kommen dann immer nicht so die richtigen Äußerungen dabei rum. Das hat man an Herrn Graf gesehen. Aber ganz zusammenfassend ist doch eines festzustellen. Es ist die Uneinigkeit des Senats und die Unfähigkeit der Verwaltung, diese ständigen Überlastungsansagen des zuständigen Senators, die eigentlich nur einer Gruppe helfen und zwar oder guttun. Und zwar den Rechten, den Rechtsradikalen, den Rechtspopulisten, den Rechtsterroristen in diesem Land. Da braucht es gar keine rassistischen Vorschläge des Bundesinnenministers. Da reicht. Die Stimmung kippt Rhetorik vor einiger Großkoalitionäre und das regelmäßig zur Schaustellen der eigenen Überforderung als Abschreckungsmaßnahme und um die Demos von AfD und Co. immer größer zu werden. Lassen Sie das. Machen Sie es. Und das geht jetzt in diese Seite des Senats wie Ihr regierender Bürgermeister. Verbreiten Sie Zuversicht. Sie können sich das leisten. Sie können das schaffen. Auch Sie, Herr Czaja, lassen Sie Ihre Überlastungsanzeigen in der Öffentlichkeit. Und eine Sache. Ich finde das gut, dass man anfängt jetzt auch zu sagen, es geht nicht um ein Gegeneinander. Da wird niemand ausgespielt. Und auch die notwendigen Maßnahmen für die wachsende Stadt ohne Geflüchtete sind nicht im Gegensatz zu setzen zu den Maßnahmen, die jetzt in dieser Flüchtlingssituation notwendig sind. Ich würde die Schraube noch ein bisschen weiter drehen und Sie bitten, gemeinsam da mal zu überlegen, ob Sie sich nicht auch auf diese Formulierung einigen können. Es ist doch eigentlich so, dass man den Menschen klarmachen kann, dass die vielen Neuberlinerinnen und Neuberliner die und eine der großen Chancen für diese Stadt sind, ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Plötzlich gehen Dinge, die seit Jahren nicht möglich waren. Plötzlich sind wir in der Lage, Dinge zu begründen, oder gemeinsam Dinge zu tun, die an Koalitions- und Oppositionsgrenzen geschreitert sind. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass mit dieser Krise, mit dieser Problematik wir die Probleme lösen, die wir sowieso haben, in der Frage, wie wir die Perspektiven für alle Menschen in der Stadt sicherstellen, in der Frage der Bildung, in der Frage der Wohnung, in der Frage des Lebens und in der Frage des Arbeitsplatzes. Und dann kommunizieren Sie das vielleicht auch so, ich werde es weiter tun. Wir haben eine Chance, mit den Geflüchteten gemeinsam diese Probleme zu lösen. Wir müssen das nicht gegeneinander machen, das sowieso nicht. Wir müssen es aber auch nicht nebeneinander machen. So, und eine Sache noch zum Schluss, zum Tempo verfällt. Das wurde jetzt noch nicht gesagt. Ja, wenn das eine vernünftige Gesetzesvorlage ist, dann bin ich da auch keine harten Gefühle. Aber was mir nicht plausibel erscheint, ist die Begründung, dass Sie das jetzt tun müssen. Wir haben uns mal die Frage gestellt, wer würde denn klagen? Und auf welchem Weg und mit welcher Erfolgsaussicht dagegen, dass Sie da Traglufthallen hinstellen? Es ist nicht mal klar, ob irgendein Gericht in dieser Stadt eine Klage oder eine Betroffenheit überhaupt anerkennen würde. Wenn es Ihnen wirklich um die Geflüchteten geht, und ich bin auch nicht dafür, mehr Traglufthallen zu machen, wenn es Ihnen darum geht, da jetzt kurzfristig was zu ändern, dann machen Sie es doch bitte einfach. Ich bin nicht derjenige, der Sie vor das Verfassungsgericht zerrt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dildes. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Erklärung des regierenden Bürgermeisters wurde somit abgegeben und besprochen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1. Das ist die aktuelle Stunde zum Thema. Vor der Klimakonferenz in Paris Vorschläge der Enquete-Kommission ernst nehmen, Berliner Energiepolitik jetzt zukunftsfähig machen, auf Antrag aller Fraktionen. In Verbindung mit Tagesordnungspunkt 3, das ist der Abschlussbericht mit der Drucksache 17 25 00, der Enquete-Kommission mit dem Titel Neue Energie für Berlin, Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen, sowie in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 28, das ist der Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache mit der Nummer 25 35, Transparenz zum Verfahren zur Stromnetzkonzession herstellen. Zunächst erteile ich dem Vorsitzenden der Enquete-Kommission, dem Abgeordneten Ströte, das Wort für die Berichterstattung über die Kommissionsarbeit. Hierfür sind zehn Minuten vorgesehen. Herr Kollege Ströte, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich Ihnen heute nach anderthalb Jahren Arbeit den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin vorstellen zu können. Das Ziel der internationalen Klimapolitik, die globale Erwärmung auf weniger als zwei Grad gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen, stellt die Energiesysteme weltweit vor große Herausforderungen. Für einen erfolgreichen weltweiten Klimaschutz spielen ergänzende Politikmaßnahmen eine Rolle. Die Regierungskoalition aus SPD und CDU hat sich mit Eintritt in die 17. Legislaturperiode darauf verständigt, Berlin, und das ist ein ehrgeiziges Ziel, bis zum Jahr 2050 zu einer klimaneutralen Stadt zu machen, um hierdurch einen Beitrag zum globalen Klimaschutz und zur Energiewende in Deutschland zu leisten. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde untersucht, ob und wie dieses Klimaneutralitätsziel in Berlin erreicht werden kann und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Durch die Einsetzung der Enquete-Kommission Neue Energie für Berlin hat das Land Berlin eine weitere politische Maßnahme ergriffen, um Lösungswege für klimafreundliche, energiewirtschaftliche Strukturen in Berlin zu finden und die erforderlichen energiepolitischen Entscheidungen möglichst im überparteilichen Konsens zu treffen. Gemäß § 24 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses wurde die Kommission am 2.04.2014 eingesetzt. Die Kommission besteht aus 16 Mitgliedern. Hiervon sind elf Abgeordnete im Verhältnis der Stärke der Fraktionen und fünf Experten, die gemeinsam vom Parlament bestimmt wurden. Alle Kommissionsmitglieder waren vollwertige Mitglieder des Gremiums und hatten ein eigenes Stimm- und Antragsrecht. Im Rahmen von Anhörern mittels schriftlicher Stellungnahme wurden Informationen von einer Vielzahl von Experten eingeholt, aber auch von den zuständigen Verwaltungen für Finanzen, Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaft, Technologie und Forschung. Die dort erhaltenen Daten haben wir dann kommissionsintern kommentiert. Wir haben sie ausgewertet und haben dann diese Informationen in Schlussfolgerungen umgewandelt und Handlungsempfehlungen für weitere Politikansätze gegeben. Wir haben in der Enquete-Kommission den durch den Einsatzbeschluss vorgegebenen Themen der Berliner Wärme- und Stromversorgung einschließt der Fragen zu den Interdependenzen dieser Sektoren sowie den jeweiligen Infrastrukturen ausführlich untersucht und diskutiert. Auch der Themenkomplex Institutionen wurde intensiv abgearbeitet, worunter die zukünftige Rolle und die Aufgaben der einzelnen Berliner Akteure sowie die Fragen zur Gründung einer einheitlichen Netzgesellschaft und der Gestaltung des Berliner Stadtwerks fielen. Und ich will das hier deutlich sagen, um dieses ehrgeizte Ziel einer klimaneutralen Stadt bis zum Jahr 2050 zu erreichen, müssen jetzt weitreichende Entscheidungen getroffen. Und ich will deshalb einige nennen, die wir vorschlagen. Die Kommission empfiehlt den Ausstieg aus der Braunkohle bis zum Jahr 2020 und aus der Steinkohle bis zum Jahr 2030. Das ist nicht mehr lange hin. Die in Berlin vorhandenen Kraftwerke Klingenberg, Morbid und Reuter West sollen stehgelegt oder zu klimafreundlichen Gaskraftwerken umgerüstet werden. Die Umstellung der Energiesysteme auf erneuerbare Energiequellen stellt uns vor wirtschaftliche, technologische und politische Herausforderungen. Hierfür müssen, ich sage das auch im Rahmen der wieder anstehenden Haushaltsberatung, hierfür müssen ausreichend Mittel zur Führung gestellt werden, Investitionen getätigt werden, sowie die Akzeptanz, auch das darf man nicht unterschätzen, der Bürgerinnen und Bürger muss erhöht werden. Die Energiewende bietet für Berlin zugleich eine große Chance. Die Machbarkeitsstudie Klimaneutrales Berlin 2050 sieht knapp 50 Prozent der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich, wo eine energetische Sanierung insbesondere der Reduzierung des Wärmeverbrauchs dient. Deshalb muss der Berliner Gebäudestand bis 2050 weitgehend energetisch saniert werden. Der öffentliche Bereich sollte hierfür eine Vorbildfunktion übernehmen. Wir wissen alle, dass da noch eine Menge zu tun bleibt. Darüber hinaus sollten alle Neubauten ohne Abstriche ihren Beitrag zum klimaneutralen Berlin leisten. Und da Berlin eine Mieterstadt ist, müssen soziale Belange ein Kernbestandteil der energiepolitischen Umsetzungsstrategie sein. Die Enquete-Kommission begrüßt ausdrücklich, dass der Senat mit dem Berliner Energiewende-Gesetz eine wichtige institutionelle Maßnahme für einen legislaturperiodenübergreifenden Politikansatz in Angriff nimmt. Das zentrale Ziel muss sein, in den nächsten kommenden Legislaturperioden Partei- und Fraktionsübergreifend und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Vision einer ökologisch, ökonomisch und sozial zukunftsfähigen Stadt in die Praxis umzusetzen. Das klimaneutrale Berlin. Mein Ziel als Vorsitzender der Kommission war es von Anfang an, wir kennen das aus dem Parlament, aus den Ausschüssen, die bekannten Auseinandersetzungen zwischen Regierungsfraktionen einerseits und Oppositionsfraktionen andererseits zu verhindern. Die Enquete-Kommission war und ist aus meiner Sicht kein Bestandteil einer Regierungsvereinbarung, sondern ihre Aufgabe ist es, über Fraktionsgrenzen hinweg Handlungsempfehlungen für die nächsten Jahrzehnte abzugeben. Es ist gelungen, einen gemeinsamen Bericht einstimmig zu verabschieden, bei dem nur in drei Punkten durch die Fraktion der CDU und einen Experten es ein Minderheitsvotum gab. Insofern muss man dann auch feststellen, bei 95 Prozent der Thematik haben wir letztes eine gemeinsame Grundlage gefunden. Parlamentarische Arbeit ist dann erfolgreich, wenn am Ende sich die Regierungsfraktionen bei unterschiedlichen Positionen nicht nur auf einen Minimalkonsens geeinigt haben und die Oppositionsfraktionen mit der Arbeit völlig unzufrieden sind. Wir wissen alle, dass solch ein Ergebnis eher die Ausnahme ist. Insofern glaube ich, dass uns inhaltlich nicht nur ein großer Wurf gelungen ist, sondern hier hat im positiven Sinne in diesen anderthalb Jahren Parlamentsarbeit gemeinsam gut funktioniert. Gleichwohl gab es harte Debatten, unterschiedliche Positionen, ein Kommissionsbericht mit 300 Seiten, da sind drei Minderheiten, wurden dann sicherlich nicht so viel. Ich bin sehr zufrieden, dass wir auch bei der aktuellen politischen Debatte klare Positionen mit deutlicher Mehrheit zu strittigen Themen wie die Rekriminalisierung Gas und Strom die Inhouse-Vergabe in das Berliner Stadtwerk getroffen haben. Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Land Berlin die Rekriminalisierung des Stromnetzes. Das Stromnetz trägt Monopolcharakter, ist für die Gestaltung der Energiewende wichtig und bietet über die Bürgerbeteiligung und eine genossenschaftliche Beteiligung die aus Sicht der Enquete-Kommission zu realisierende Möglichkeit, dass die Berlinerinnen und Berliner in ihrer Stadt die Energiewende konkret mitgestalten können. Auch das Gasnetz ist ein natürliches Monopol und stellt auf absehbare Zeit einen wichtigen Teil der Energieversorgung und damit der öffentlichen Infrastruktur dar. Die Enquete-Kommission spricht sich ebenfalls für eine vollständige Rekriminalisierung des Gasnetzes aus. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass der Kaufpreis des Gasnetzes nicht den Ertragswert übersteigt, den dieser unter den Bedingungen einer konsequenten Klimapolitik, die Berlin bis 2050 klimaneutral machen kann, noch hätte. Auch für das Fernwärmenetz empfehlen wir, sorgfältig zu prüfen, welche Voraussetzungen gegeben sind, auch hier eine Übernahme zu machen. Auch dies halten wir sinnvoll. Darüber hinaus empfiehlt die Enquete-Kommission dem Senat, wir kennen die aktuelle Debatte um die Netze, im Bundesrat für klare rechtliche Regelungen einschließlich der Möglichkeit der Inhouse-Vergabe einzutreten, eine Innovierung des Energiewirtschaftsgesetzes ist dringend erforderlich. Zur Umsetzung der Energiewende ist der weitere Ausbau des kommunalen Stadtwerks eine wichtige Voraussetzung. Für die Enquete-Kommission steht fest, dass das Stadtwerk derzeit als Sorter der BWB aufgrund der gesetzlichen Restriktionen weit hinter den erfordersten zurückbleibt. Die Berliner Wasserbetriebe haben das sogenannte Berliner Modell als Option vorgeschlagen, das sich im Wesentlichen vom beschlossenen Modell durch die Möglichkeit des Handels mit zugekauften Strom über den selbst produzierten Strom aus Solar- und Windkraft hinaus unterscheidet. Für dieses Modell gibt es keine gesetzliche Grundlage. Wir möchten, dass diese eingeführt wird. Die aktuellen Beschlüsse des Senats vom Dienstag sind ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist bedauerlich, dass der Koalitionspartner gegen die große Mehrheit in der Enquete-Kommission und, wie beide Volksentscheide, Wasser und Energie zeigen, gegen die Auffassung einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung nicht bereit ist, eine vollständige Rekordialisierung in den Bereichen Gas und Strom zu erreichen. Es wäre insgesamt wichtig, dass die Beschlüsse der Enquete-Kommission neue Energie in praktische Politik umgesetzt werden, damit die vorgenommenen Ziele erreicht werden können. Wir haben der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, sowohl über den Zwischen- als auch über den Abschlussbericht zu diskutieren. Wir hatten Pressekonferenzen, wir hatten Podiumsdiskussionen. Allein gestern waren 300 Leute da. Das zeigt, wie hoch das Interesse ist. Ich glaube auch, es wäre gut, wenn zukünftige Enquete-Kommission mit Ausnahme der Sitzung zur Abfassung des Zwischen- und Endberichts öffentlich tagen, was aber eine Änderung der Geschäftsordnung des Berliner Abgeordnetenhaus bedarf. Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern der Enquete-Kommission für die geleistete Arbeit in den letzten anderthalb Jahren bedanken. Für uns war das alle eine zusätzliche Tätigkeit neben den sonstigen Aufgaben. Mein Dank gilt besonders den gewählten Experten. Die haben dafür gesorgt, dass wir immer zum Konsens gekommen sind. Mein Dank gilt ebenso dem Ausschussbüro, Frau Hüftgen, Frau Karlath und den anderen Mitarbeitern, die für einen reibungslosen Ablauf der Sitzung entsprechend gesorgt haben. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen aus den Fraktionen, den Referentinnen und Referenten der Fraktionen, die hier sehr intensiv und sehr konsequent mitgearbeitet haben. Ich hatte bei der Übernahme des Vorles der Enquete-Kommissionen das Ziel, einen Bericht zu stellen, der inhaltlich den gesamten Komplex abbildet und der gleichzeitig konkrete Empfehlungen für die nächsten Jahre, sogar für die nächsten Jahrzehnte, enthält. Mein Ziel als Vorsitzender war, trotz eigener inhaltlicher Position alle Fraktionen und Experten in die Gemeinsamheit einzubringen, damit auf allen Seiten eine möglichst große Zufriedenheit vorhanden ist. Ich glaube, dies ist gelungen. Und deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten, aber auch beim Parlament insgesamt, für das Vertrauen in meine Arbeit bedanken. Vielen Dank, Herr Strötter, für diesen Bericht. Für die Besprechung der aktuellen Stunde sowie des Abschlussberichtes und für die Beratung des Tagesordnungspunktes 28 steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu zehn Minuten zur Verfügung, die auf zwei Redebeiträge aufgeteilt werden kann. Es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat der Abgeordnete Schäfer. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Lieber Herr Vorsitzender Ströter, Ihrem Dank schließen wir uns in vollem Umfang an. Und ich möchte noch einen Punkt, diesen Dank ergänzen. Sie haben durch Ihre Sitzungsleitung ganz entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass in dieser Kommission ein Klima herrschte, in dem Argumente gezählt haben, das recht frei war, von Parteitaktik und sonstigen Überlegungen, ein Klima des Diskurses, fast das parlamentarische Ideal und haben die Sitzungen stets unparteiisch geführt. Und dazu ganz herzlichen Dank. Sie haben damit einen ganz großen Beitrag zum Erfolg dieser Kommission beigetragen. Dass Sie heute an einer Stelle ein bisschen aus der Rolle gefallen sind, dafür habe ich Verständnis, denn die Senatsentscheidung hat natürlich viele, die in dieser Enquete-Kommission gearbeitet haben, mit Entsetzen haben wir die zur Kenntnis genommen, dass da ganz offensichtlich mehrere Tausend Stunden Arbeit, die wir zusammen da reingesteckt haben, komplett ignoriert wurden und der Senat völlig an den Empfehlungen der Kommission vorbei entschieden hat. Das ist eine Sache, die ist extrem bedauerlich und ich werde darauf noch eingehen, nachdem der Senator geredet hat. Zunächst möchte ich aber einmal hervorheben, was dieser Kommissionsbericht für eine Chance ist. Wir haben gerade in der letzten Debatte darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen Berlin steht. Und heute geht es noch darum, Wohnraum zu schaffen, aber wir müssen jetzt schon damit anfangen, auch zu überlegen, wie neue Arbeitsplätze entstehen können in dieser Stadt, für die Menschen, die hier schon leben und für die Menschen, die zu uns kommen. Und aus unserer Sicht als Enquete-Kommission ist da der Klimaschutz, die Energiepolitik eine ganz zentrale Säule. Denn regionale Wertschöpfung, Arbeitsplätze können durch konsequente Klimapolitik entstehen, insbesondere in zwei Sektoren. Wir geben heute als Land Berlin inklusive der Verbraucherinnen und Verbraucher vier Milliarden Euro aus, nur für den Import fossiler Rohstoffe. Vier Milliarden Euro waren es im Jahr 2012. Diese Ausgaben schaffen keinen einzigen Arbeitsplatz hier. Die bringen keine regionale Wertschöpfung. Und wenn eine Schule energetisch modernisiert wird, dann macht das das regionale Handwerk. Wenn eine Solaranlage auf einem U-Bahnhof-Dach, natürlich am besten einem oberirdischen, angebaut wird, dann macht das das lokale Handwerk. Die ganze Wartung der modernen, effizienten Technologien, das macht das lokale Handwerk. Das sind Arbeitsplätze hier in der Region. Und möglichst viel von diesen vier Milliarden umzuleiten in die regionale Wertschöpfung, das ist der eine Punkt, den Klimapolitik erreichen kann. Und dafür braucht es Investition. Das ist der Schlüssel. Investition. Denn eine neue Solaranlage macht sich bezahlt, aber erst mal muss investiert werden. Der zweite Punkt. Fossile Energien sind knapp. Die weltweite Nachfrage wachsen. Es ist nicht die Frage, ob wir umstellen, sondern wann. Und wir wissen, dass die Nachzügler die neuen Technologien, die uns unabhängig machen von den Fossilen, bei den Vorreitern kaufen werden müssen. Und da will Berlin natürlich nicht Nachzügler sein, sondern Vorreiter. Denn wir haben hier Start-ups, die in diesen Branchen aktiv sind. Und wir müssen gucken, dass sie hier eine Nachfrage finden, damit sie hier wachsen können. Und ich möchte das noch mal vergleichen mit dem Zeitalter der Elektrifizierung im 19. Jahrhundert. Da war Berlin Vorreiter, da hat Berlin investiert. Und so konnte hier ein Siemens und Halske als kleines Hinterhof-Start-up zu einem Weltkonzern werden, weil Berliner Politik damals klug investiert hat. Und auch da ist der Schlüssel Investition, meine Damen und Herren. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wurde denn investiert am Dienstag im Senat? Wir haben Kosten von einer Milliarde Euro, denen nicht entgegensteht ein einziger Euro, der zusätzlich investiert wird in die Energiewende. Eine Milliarde Euro werden da ausgegeben, ohne dass beim Stromnetz oder beim Gasnetz die Unternehmensführerschaft bei Berlin liegt, sondern man bleibt in der Hand der großen Konzerne. Und das ist natürlich eine Ausgabe, die sich so nicht lohnt. Und das ist ein falscher Weg, den Sie da gehen. Und deshalb, Herr Senator, fordere ich Sie auf, das uns hier zu erklären, damit im Anschluss an Ihre Rede hier eine sinnvolle Debatte zu möglich ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Schäfer. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Buchholz. Bitte. Da verschwinde ich ja. Moment. Ist der Kollege Schäfer so groß? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, das ist das Ergebnis. Ein wirklich dicker Bericht, rund 300 Seiten, den die Expertenkommission, unsere Enquetekommission, mit Beteiligung von Expertinnen und Experten zusammengestellt hat. Keine Angst, Sie müssen nur 100 wirklich lesen. Das ist nämlich die eigentliche Empfehlung. Der Rest sind Anhang. Und auch noch mal die Dokumentation dessen, was wir an Berichten von Anzuhörenden erfahren haben. Das war eine große Aufgabe. Genauso wie es tatsächlich eine ganz große Aufgabe ist, für uns, für unser Land Berlin, den Klimaschutz, die Energiepolitik für die nächsten Jahre auszuformulieren und zu gestalten. Und es war klar, dass es eine Herkulesaufgabe ist, dies bei 16 anwesenden Personen in der Kommission zu einem guten Ende zu bringen. Und ich muss wirklich sagen, wir haben ja viel zusammen gesessen, viel zusammen beraten und in den letzten Sitzungen auch sehr lange bis in die Nacht hinein beraten. Und ich muss mich auch ausdrücklich und möchte mich dem Lob für den Vorsitzenden anschließen. Das wäre ohne die wirklich exzellente Leistung des Ausschussvorsitzenden, nämlich von unserem Kollegen Jörg Ströter, nicht möglich gewesen. Vielen Dank an Sie, an alle, die mitgewirkt haben in der Enquetekommission als Mitarbeiterinnen, als Mitarbeiter, dass wir das so toll hinbekommen haben, hier einen großen konsensualen Beschluss auch vorzulegen. Meine Damen, meine Herren, was den Inhalt unseres Abschlussberichts angeht. Wir haben eben sehr viele Empfehlungen zu 95, ich würde sogar sagen zu 98 Prozent im Konsens verabschieden können. Das ist ein deutliches Zeichen. Es geht nicht um politisches Klein-Klein. Es geht darum, wie wir über diese Legislaturperiode deutlich hinaus formulieren, was wir tun müssen, um den nationalen Klimaschutz, den städtischen Klimaschutz, aber auch den internationalen Klimaschutz voranzubringen. Die Aufgabe ist sehr groß. Und wir müssen das koordiniert tun. Wir müssen das vernetzt tun. Und das heißt eben nicht nur die Landesregierung, das Abgeordnetenhaus müssen dort so Dinge tun, auch die Bezirke, auch alle, die an einer entsprechenden Stelle mitwirken können, sind dazu aufgefordert. Wir haben die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand definiert. Wir haben auch im Expertenbericht jetzt zum Schluss aufgeschrieben, dass wir ganz dringend das Energiewendegesetz Berlin, unser Klimaschutzgesetz hier auch verabschieden sollten, meine Damen, meine Herren. Es ist von Senator Geisel schon vor mehreren Monaten vorgelegt worden, ein sehr guter Entwurf. Und die Enquetekommission empfiehlt einstimmig, dass wir diesen Entwurf zügig beraten und jetzt auch verabschieden. Es ist notwendig, dass wir die Klimaschutzziele 2020, 2030 bis 2050 zur klimaneutralen Stadt zu werden, auch tatsächlich mal in Gesetzesrang erheben und hier verabschieden. Ich bitte Sie dazu, um Ihre Unterstützung und auch gerade unseren Koalitionspartnern sich den letzten Druck zu geben, dass wir in Kürze hoffentlich dann auch das Energiewendegesetz Berlin gemeinsam verabschieden können, meine Damen, meine Herren. Es sind schon einige Empfehlungen angesprochen worden, dass wir raus wollen, raus müssen aus der Kohle bis 2020, aus der Braunkohle bis 2030, endgültig auch, was die Nutzung von Steinkohle in Kraftwerken in Berlin angeht. Und wir haben uns eine große Aufgabe, ein großes Ziel gesetzt. Wir wollen, dass die Energienetze Berlins denen gehören, denen sie nutzen, meine Damen, meine Herren. Und das sind die Berlinerinnen und Berliner und niemand sonst. Wir wollen nicht, und das ist auch eine ganz klare Empfehlung, dass andere Konzerne, die Gewinne aus der Nutzung der Berliner Energienetze in das Ausland transferieren, für uns keinen Mehrwert in der Stadt bringen, sondern wirklich nur woanders Aktionäre reich machen. Das ist nicht Sinn und Zweck von Energieversorgungsleitung, meine Damen, meine Herren. Das haben wir ganz klar festgestellt. Wir fordern darum die hundertprozentige Rekommunalisierung des Strom- und des Gasnetzes. Das ist ein wichtiges Ziel. Und wir haben gerade dieser aktive Senat, SPD und CDU, es geschafft, dafür ein Beispiel zu geben, nämlich bei der Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe das auch hinzubekommen. Das war kein einfaches Stück Arbeit. Es hat funktioniert. Und ich glaube, ich kann und darf sagen, auch mit Ihrer Unterstützung, Kollegin Kosche, was die Aufdeckungsarbeit angeht, das will keiner bestreiten. Aber da hat die SPD wirklich Druck gemacht, im Abgeordnetenhaus, im Senat, hat gesagt, wir wollen das und wir haben es geschafft. Die Wasserbetriebe gehören wieder uns, den Berlinerinnen und Berlinern. Und wir haben dort jetzt ein sehr gutes landeseigenes Unternehmen, das nicht bloß eine gute Arbeit macht, gut aufgestellt ist im Benchmark zu anderen Unternehmen. Nein, wir konnten auch, nachdem wir die Privaten wieder nicht mehr mit drin haben, die Wasserpreise senken. Frischwasser um 15 Prozent, Abwasser um 6 Prozent. Das sind Signale. Rekommunalisierung stärkt nicht nur die Daseinsvorsorge, sichert sie. Nein, wir können dann auch Preise senken. Und so funktioniert Rekommunalisierung wirklich gut, meine Damen, meine Herren. Es kann ein Vorbild sein. Genau dieses soll auch das Ziel sein für das Strom- und das Gasnetz. Und da hat Senator Kollatz Ahnen, eben war er noch im Raum, jetzt ist er schon draußen, wirklich hart verhandelt, was wir gehört haben, was die Vorverhandlungen angeht mit den Anteilseignern, mit den Eigentümern Vattenfall und Garsack oder deren jeweiligen Anteilseignern darüber. Also E.ON, Vattenfall und Angi bei der Garsack. So, und dann hat er das auch im Senat besprochen und vorgestellt. Und da ist er wieder. Und hat sehr engagiert verhandelt vorher. Und leider muss man dann sagen, am Dienstag war das, auch das ist dann eben der Preis, den man in einer Koalition zahlen muss. In der Form, wie es auch an einigen Stellen vorverhandelt war, nicht möglich mit der CDU-Fraktion, mit der CDU, mit den Senatsmitgliedern der CDU, dass wir diese weitgehenden Möglichkeiten, die uns auch Private einräumen würden, bei der Rekommunalisierung aktiv zu nutzen. Das ist nicht nur schade, sondern das führt dann dazu, dass es jetzt einen Verhandlungsauftrag gibt, der tatsächlich ein Schritt nach vorne wäre in Richtung Rekommunalisierung, aber gleichzeitig zwei Schritte rückwärts bewerten würde, bei dem, wie wir mittel- bis langfristig mit dem Thema umgehen können. Ich will das kurz erläutern. Wenn wir uns anschauen, was übrig bliebe, wenn das, was als Verhandlungsauftrag am Dienstag vom Senat beschlossen wurde, in die Realität umgesetzt würde, dann würde das eines heißen, beim Gasnetz würden uns zwar 51 Prozent des Berliner Gasnetzes gehören, aber an der Gasbetreibergesellschaft, die für Berlin und Brandenburg zuständig ist, ein Viertel, 25,1 Prozent. Das nennt man, meine Damen, meine Herren, eine Sperrminorität. Von politischer Gestaltung kann da ganz wenig die Regel sein. Man kann etwas verhindern, aber wenig gestalten. Und beim Stromnetz und beim Strombetrieb würde es heißen, eine 50-50-Regelung mit dem Unternehmen Vattenfall. Das war eben bei der Gaza, Kollege Wolf. 50-50 beim Strom. Ja, wer hat denn dann eigentlich die Betriebsführerschaft bei 50-50? Ist dann klar, dass das Land als Teileigentümer, wenn auch großer Teileigentümer tatsächlich sagen kann, wie die Energiewende beim Stromnetz aktiv gestaltet werden soll? Ich habe da meine ganz großen Zweifel, zumal da noch die Klausel drinsteht, dass es 2023, also acht Jahre später, erst Verhandlungen geben könnte, könnte man diesen 50-Prozent-Anteil erhöhen. Ob das dann um 0,5 Prozent oder doch 50 Prozent wäre, also dann alles zu besitzen, das kann heute niemand vorhersagen. Wir würden also echte Rekommunalisierung für mindestens acht Jahre zurückstellen müssen. Das kann nicht Sinn und Zweck einer echten Rekommunalisierung sein, meine Damen, meine Herren. Also beim Gasnetz das Viertelchen, das reicht nicht. Bei Strom 50-50 würde zu vielen Unsicherheiten führen, zu einer jahrelangen Lähmung. Und die Negativkrone, ich kann es nur so sagen, wir haben es gerade geschafft, das Berliner Stadtwerk auf die Gleise zu setzen, ein kleines Pflänzchen, das wirklich Wurzeln schlägt, die ersten und jetzt anfängt zu laufen, als Tochtergesellschaft der Wasserbetriebe. Und das heißt, meine Damen, meine Herren, die Berliner Stadtwerke sind ein 100 Prozent landeseigenes kommunales Ökostadtwerk, so wie es dieses Abgeordnetenhaus beschlossen hat. Und da ist für mich, das sage ich ganz klar, absolut unvorstellbar, dass dieses gerade wachsende, gedeihende Stadtwerk, 100 Prozent kommunal Ökostadtwerk, das uns allen gehört, dass wir das in eine Tochter in eine Holdingstruktur einbringen sollen, die dann privatwirtschaftlich mitorganisiert und auch Miteigentümerschaft hat bei Privaten. Nein, meine Damen und Herren, dafür war nicht die Gründung der Stadtwerke richtig und wichtig. Da kann ich nur sagen, das ist der falsche Weg. Das darf nicht passieren mit unserem tollen neuen Ökostadtwerk. Ganz nebenbei, der kleine Werbeblock sei mir gestattet. Sie alle, wir alle, jede Berlinerin, jeder Berliner kann jetzt Kunde werden. Es ist möglich, einfach berlinerstadtwerke.de aufrufen. Ich bin es bereits mit meinem Bürgerbüro, einer der stolzen und allerersten Kunden dieses Berliner Stadtwerks. Es ist nicht limitiert. Zeigen Sie auch da alle anderen. Es geht. Man kann das voranbringen, denn es bringt nichts, nur über den eigenen Schritt zu reden. Wir könnten und wir sollten ihn alle tun. Und dafür ist auch insgesamt unser Bericht hier gut. Er zeigt mit dem ganzen Bericht der Enquetekommission, meine Damen, meine Herren, wir haben noch sehr viele schwierige Aufgaben vor uns. Einige auf der kurzen Strecke, aber eben auch auf der Mittel- und auf der Landstrecke. Wir dürfen dort nicht nachlassen. Wir haben uns selbst Handlungsaufträge gegeben. Die sind wichtig. Die sind eine Richtschnur dafür, was Berlin als deutsche Hauptstadt, als Metropole, die beachtet wird, tatsächlich leisten kann. Das heißt vielleicht auch mal für den einen oder die andere bei uns ein kleines Stück Komfortverzicht. Aber wir werden dann unseren Beitrag dafür leisten, dass das Klima, dass die Energiepolitik tatsächlich nachhaltig ist, dass wir zu einer klimaneutralen Hauptstadt werden können und damit ein Stück weit im positiven Sinne leuchten können. Natürlich mit Energiesparlampen bzw. Energiesparleuchten. Aber wir werden dann ein Beispiel und diese Chance sollten wir nutzen. Darum bitte ich Sie auch im Nachgang, wenn es darum geht, das in parlamentarische Arbeit, in konkrete Dinge umzusetzen, um Ihre aktive Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Buchholz. Die Linksfraktion hat jetzt das Wort. Der Abgeordnete Harald Wolf, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich zum Beginn dem allgemeinen Dank anschließen an die Expertinnen und Experten, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abgeordnetenhauses und der Fraktionen und an den Vorsitzenden der Enquetekommission. Ich schließe mich dem Lob für seine Verhandlungsführung an und dass er von Anfang an durchgesetzt hat, dass in dieser Kommission nicht entlang von Koalitions- oder Fraktionsgrenzen diskutiert wurde, sondern entlang der Sache. Anders hätten wir dieses Ergebnis in dieser Form nicht zustande gebracht. Meine Damen und Herren, der Bericht der Enquetekommission listet eine Vielzahl von Maßnahmen auf, wie Berlin das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Und der Bericht der Enquetekommission macht auch deutlich, dass wir vor einem grundlegenden Umbau der energiewirtschaftlichen Strukturen in diesem Land und in dieser Stadt stellen. Energieproduktion und Energiekonsumption werden sich grundlegend ändern. Es wird nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit, dass wir aus großen zentralisierten Kraftwerken den Strom beziehen, sondern wir werden eine Vielzahl von Akteuren haben. Und ich sage an dieser Stelle auch aus dem Bericht der Enquetekommission ergibt sich, dass die Geschäftsmodelle der großen alten fossilen Energieversorger nicht mehr funktionieren werden, dass sie obsolet sind und aus der Tatsache, dass wir in den letzten Tagen von allen Energieversorgern große Wertberichtigungen und Abschreibungen mitgeteilt bekommen haben, zeigen, dass das Ende dieser fossilen Sauriere zu Ende geht, meine Damen und Herren. Zweitens. Wir brauchen Verbindlichkeit. Wir brauchen Verbindlichkeit bei der Umsetzung der Energiewende. Denn im Land Berlin, das wissen wir alle, liegt es nicht an einem Mangel an Papier, sondern es liegt an einem Mangel an Verbindlichkeit und Konsequenz in der Umsetzung. Und deshalb hat die Enquetekommission hier auch klare Mechanismen vorgeschlagen, nämlich, dass zu Beginn einer jeden Legislaturperiode ein klarer Maßnahmenplan verabschiedet wird, dass der auch verbindlich gemacht wird und dass er auch kontrolliert wird in der Umsetzung. Und wenn eine Maßnahme ausfällt, er durch eine andere Maßnahme ersetzt werden muss. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir diesen Bericht jetzt hier fraktionsübergreifend bei den 97 oder 95 Prozent verabschiedet haben, eine gute Grundlage ist, eine solche Verbindlichkeit herzustellen. Aber, meine Damen und Herren, wir können auch in dieser Legislaturperiode noch einiges tun. Der Bericht formuliert unter anderem die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand. Wir wissen alle, dass da vieles im Argen liegt. Und wir wollen bis zum Jahre 2030 eine klimaneutrale Verwaltung erreichen. Und der Kollege Schäfer hat es schon gesagt, das verlangt Investitionen. Und die Gelegenheit für Investitionen besteht mit diesem Landeshaushalt. Und es gibt Anträge für diesen Landeshaushalt, für die Energiewende, für die Umsetzung der energetischen Sanierung, zusätzliche Mittel bereitzustellen. Und das wird ein Prüfstein sein, ob das, was wir fraktionsübergreifend als gute Absicht formuliert haben, ob sich das auch in diesem Haushalt in der Tat wiederseht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition und von der SPD, das wird sich nicht nur darin ausdrücken, ob man einen Merkposten von 1.000 Euro einsetzt, sondern ob man einen wirklichen, als Beginn einen zweistelligen Millionenbetrag einsetzt. Deshalb meine ein Appell an dieser Stelle, den Worten müssen jetzt auch Taten folgen. Wo wiederum Taten folgen müssen, ist beim Thema Stadtwerk. Die Enquete-Kommission formuliert für das Stadtwerk umfassende Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen, die auch wieder Investitionen, die Eigenkapital bedürfen. Und die vor allen Dingen bedarf, Sie haben es schon angesprochen, dass die gesetzlichen Restriktionen, die durch einen irrationalen Koalitionskompromiss zustande gekommen sind, endlich aufgehoben werden. Eine riesige Mehrheit in diesem Haus will, dass dieser Zustand aufhört, dass dieses Stadtwerk nur ein Bonsai-Stadtwerk ist. Und wenn der Kollege Buchholz jetzt auch einen Stromliefervertrag mit diesem Stadtwerk hat, da muss man dazu sagen, das ist gegenwärtig Bückware. Die dürfen dafür nicht werben, das kann man nur unter dem Ladentisch erwärmen. Ich will aber, dass dieses Stadtwerk bekannt ist, allen Berlinerinnen und Berlinern und dass jeder Berliner und Berliner hier einen Vertrag bekommen haben. Und deshalb muss diese gesetzliche Restriktion weg, meine Damen und Herren. Und eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Enquete-Kommission ist die Tatsache, dass wir in der Energiezukunft ein zunehmendes Zusammenspiel von Strom, Gas und Fernwärme einschließlich der Nahwärmenetze haben werden. Wir werden eine Situation haben, wo wir zunehmendem Maße erneuerbaren Überschussstrom haben, den wir nutzen für die Produktion von Wärme im Rahmen von Power-to-Heat, womit Überschussstrom kurzzeitig zwischengespeichert werden kann. Wir werden zukünftig eine Situation haben, wo Überschussstrom genutzt wird, um Gas zu erzeugen durch die Power-to-Gas-Technologie und das Gasnetz darüber auch zu einem Gasspeicher wird von erneuerbarem Gas und damit auch die Möglichkeit besteht, dann auch dezentrale Anlagen zu befeuern. Meine Damen und Herren, das macht deutlich, diese verschiedenen Medien konvergieren, sie wachsen zusammen und deshalb haben wir auch die Schlussfolgerung gezogen, wir brauchen einen integrierten Netzbetrieb perspektivisch für Strom, Gas und Fernwärme und aus einer Hand und ich sage, ein solcher integrierter Netzbetrieb kann nur in kommunaler Hand integriert werden, meine Damen und Herren. Und deshalb war ich doch sehr erstaunt über den, naja, erstaunt nicht, man musste es befürchten, über den Senatsbeschluss vom letzten Dienstag. Weil mit dem, was Sie da vorschlagen, 50 Prozent am Stromnetz, 51 Prozent am Gasnetz, 51 Prozent an der Gasack, die man aber nicht dauerhaft halten will, 25 Prozent an der Netzgesellschaft, wird man keinen integrierten Netzbetrieb hinbekommen. An dieser Stelle schon mal eine klare Missachtung von Seiten des Senats in diesem Beschluss der Empfehlung der Enquetekommission. Zweitens sagt die Enquetekommission auch sehr eindeutig. Es ist ordnungspolitisch nicht erwünscht, dass der Grundversorger, konkret Wattenfall, bestimmenden Einfluss und einen mitbestimmenden Einfluss auf das Stromnetz hat. Was beschließt der Senat? Wir wollen das Stromnetz aufteilen 50-50, 50-50 zwischen Wattenfall und dem Land Berlin. Auch hier eine klare Missachtung des Beschlusses der Enquetekommission. Und der Kollege Schäfer, es hat schon gesagt, auch die Enquetekommission empfiehlt 100 Prozent am Stromnetz. Nun weiß ich ja, dass man manchmal politische Ziele nicht in einem Schritt erreichen kann. Und dass man möglicherweise Zwischenschritte gehen muss. Aber das ist kein Zwischenschritt. Meine Damen und Herren, das ist schlichtweg morgst. Das ist morgst. Es ist kein energiewirtschaftlicher Sinn darin zu erkennen. Wenn Sie auf der einen Seite bei der GASAG 51 Prozent des Netzes nehmen, ja damit die Hälfte des Cashflows wegnehmen und dann mit 51 Prozent oben einsteigen. Was ist der Sinn davon? Muss mir mal einer erklären. Zweitens. Dann sagen Sie, wir wollen eine Option auf die 100 Prozent oder mehr Prozent im Jahre 2023. Ich glaube, das wird lange im Senat ausgekegelt worden sein, wie diese Jahreszahl zustande kommt. Irgendwie muss ja ein Kompromiss zustande kommen. Vielleicht war die CDU bei 2030 und die SPD hat sich durchsetzen können auf 2023. Ist jetzt auch nicht so essentiell. Ich sage nur, mit diesem Senatsbeschluss, wenn der umgesetzt wird, zementieren Sie energiewirtschaftliche Strukturen auf die nächsten 10 oder 15 Jahre. Und ich sage an dieser Stelle auch ganz persönlich, wir haben einmal eine vermurkste Teilprivatisierung einer großen Koalition anschließend als Erbe übernehmen müssen und uns zehn Jahre damit rumärgern müssen und einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Ich sage ganz klar, wir haben keine Lust, eine vermurkste Teilrekommunalisierung als Erbe zu übernehmen. Das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Und ein letzter Satz. Ich habe ja mit Freude die Skepsis aus der SPD-Fraktion sowohl gestern Abend als auch heute in der Rede des Kollegen Buchholz noch mal zur Kenntnis genommen. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist, wenn man einen uneinsichtigen Koalitionspartner hat und manchmal nicht alles durchsetzen wird, kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber es gibt einen Punkt, wo die Sozialdemokraten nicht auf ihren Koalitionspartner angewiesen sind. Und das ist die Vergabestelle. Da hat nämlich die CDU nicht mit reinzureden. Die Vergabestelle ist verantwortlich für das Vergabeverfahren ohne politische Beeinflussung. Und wenn die Vergabestelle zu der Erkenntnis kommen würde, dass es geboten ist zur Herstellung des von dem Energiewirtschaftsgesetz geforderten Wettbewerbs und geboten ist aufgrund der rechtlichen Fehler, die gemacht worden sind im Stromnetzverfahren. Dieses Verfahren auf Null zurückzusetzen und dann auch die Möglichkeit zu nutzen, Berlin Energie bieterfähig auszustatten und als Unternehmen aufzustellen und damit auch die eigene Verhandlungsposition gegenüber Vattenfall zu stärken. Das wäre eine Entscheidung, die die Sozialdemokraten mit ihrer Finanzverwaltung aus eigener Kraft treffen könnten, ohne einen Koalitionspartner dafür zu brauchen. Und da braucht man auch keine Angst haben. Da braucht man ja auch keine Angst haben. Die Aufforderung des regierenden Bürgermeisters doch einfach zu gehen, wird nicht befolgt werden. Die bleiben sitzen bis zum Ende der Legislaturperiode. Ihr habt jede Möglichkeit, die exekutiven Möglichkeiten und Chancen, die ihr habt, an dieser Stelle zu nutzen. Und deshalb denkt noch mal darüber nach, ob das die richtige Lösung ist, was der Senat beschlossen hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.